Das ist ja nicht nett von dir. Ich habe auf Starten gerückt, als du gesagt hast, dann würde ich jetzt auf Starten drücken. Oh. Also ich fand das schon ziemlich nett von mir. Ich weiß ja nicht. Ja, ich weiß schon. So, ich hätte das gerne so und dann hätte ich das hier gerne so. Den ganzen restlichen Bus brauche ich, glaube ich, nicht. Deswegen. Oh, ich kann von dieser Multi-Twitch-Seite auch sogar klippen. Das ist sehr praktisch, weil dann kann ich bei dir oder bei mir ganz schnell auf das Clip-Zeichen drücken. Voll cool. Ja. So, dann würde ich mal sagen, trete ich der Welt mal bei. Boah, Hilfe. Ich auch. Ich fahre alles ab. Was war das denn jetzt? Äh, das habe ich mich auch gerade gefragt. Was ist denn das? Ja, das weiß ich halt auch, ne? Probieren wir es nochmal. Oh. Der Erbrotten enthralling gift To the people of Embervale The Elixir It was a cure A blessing A weapon Once concealed by the ancients Its might had been set free With it Came power Mistrust And a longing for more Humanity dug the Elixir Wells ripping apart The land and each other To quench their thirst Elixir and blood A drop For a drop But from the depths Of the wells An unforeseen curse Crept into Embervale The Shroud A ruinous fog Which sought only to spread And devour Facing their downfall Ancients And humans united To forge the Flameborn Now Your time has come Awake 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 Das wird mega Ohja das wird super lustig Au Können wir uns boxen? Nein können wir nicht Ich glaube nicht Wiehst du vor? Kann ich machen Gut Du hast zu lange geruht Flammenblut Das Gluteil ist untergegangen Verschlungen von mir Asma Die ewige Flamme ruft nach dir Finde einen Ort in dieser erloschenen Welt Und errichte einen Flammenaltar Um dich vor der Dunkelheit zu schützen Ich glaube hier ist uns auch nichts oder? Nee Hui 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 Oh Ja Drücke I Inventar Ja Oh Gott Hier gibt es immer so viel zu lesen Mhm Haha Über das Flüstern der Flamme Reines Licht umhüllt das Wissen der Erbauer Schütze Schützt es in einem flammenden Kern Eine Weisheit die weit über meine eigenen Vorstellungskraft hinausreicht Ich könnte stundenlang ins Feuer starren Nach Antworten suchen Nach einem Flüstern Aber da ist nichts Obwohl es eine Stimme hat spricht es nur zu jenen Die aus der Flamme geboren wurden Eine Schande Ich glaube wir können erhellende Gespräche führen Balthasar Sonst können wir uns auch abwechseln beim Lesen Da muss nicht einer alles lesen Oh Gott sei Dank Weil es ist echt viel zu lesen Also allein auf dem Weg hier runter war super viel zu lesen Ja Hallo Lala Hallo Lala Einen wunderschönen guten Abend Ich hoffe du wolltest nicht auch Loot haben Ja den äh der wird leider nicht ähm Da ist noch ne Fackeln mit der kannst du hauen Ja wir spielen jetzt heute äh entschrouded Ich hab ein Buch zum lesen Ja wir spielen jetzt heute äh entschrouded Oh ne Ja okay Ode an Erlands Komm zusammen wir trinken Eine Ode der Königin eins von den Jungen Drei Kinder auf dem Arm der Becher voll Und wenn sie laut lachte äh laut dachte Dann hatte sie gesungen Ne dann hat sie gesungen Mäht in meinem Becher oder füll ihn mit Rum Lieber zu viel Trank als nichts zu tun Zu wenig geht nicht also sei es geteilt Trink lieber zu viel auf das ihr verweilt Lieber mäht in meinem Kopf und auf der Flucht als mein Kopf auf dem Spieß bei jeder Sucht Das klingt verdammt nach nem Säuferlied Ja Holt Rum und Mäht und in den Becher rein Den Becher auf den Kopf Lasst das Trinken nicht sein Ja So Na wenigstens nimmt das Mikro das Bellen grade nicht auf Nur wenn Mila hier lang läuft hört man das jetzt zipseln Cool Na doch man hört's ab und zu Die Flamme ermöglicht es dir den Miyamasna zu widerstehen Aber wenn du zu lange verweilst stirbst du trotzdem Entkomme um deine Maximalzeit im Miyasma aufzufüllen Ich hab schon mal vorgeprügelt ja Ja ich hab auch schon ein bisschen geprügelt Licht Aber ich glaube das Spiel da kannst du echt Stunden drin verbringen Achja wenn ich mir allein angucke Grand Contour wir haben 101 Folgen da drin glaube ich Äh Äh Und die ersten Folgen die gehen halt immer jeweils ne Stunde ne Dann kann man sich auswählen und viel Zeit die da reingeballert haben Oh ja Also das Oh Fällst du erwachst du an deinem zuletzt besuchten Leuchtfeuer wieder zum Leben Mh jo Schatz Kann ich das Schwert hier aufgeben Ne leider nicht Oh Loot Nice So Oh hier kann man schlafen Warte mal bei mir geht grad was ab Achja toll Was geht ab? Ähm Ich weiß gar nicht ob du das siehst weil mein Automod hat äh Die Beta von dem Automod hat direkt reingehauen Ähm Hier mit Ich hab random durch Twitch gescrollt und Hab dich gefunden und ich streame auch und so und hier If you want to check me out egal hier weg damit ablehnen Haha Nice Äh Ich wusste gar nicht dass da gerade ne Beta raus ist von dem Automod Äh doch Manchmal ist der ein bisschen kleinlich also Da stand jetzt Beta dran normalerweise steht da nämlich nicht Beta dran bei mir Ähm Sonst ist der immer ein bisschen kleinlich aber jetzt gerade war das echt gut Nice Äh ich wollte mich nicht hinlegen steh auf Haube Stück Tagebuch des Hauptmanns Tag 1 Heilte die Krypta bis zu deinem letzten Atemzug Dies waren die Worte des Erbauers bevor er mit einer Handvoll unserer besten Krieger eintrat Es war das erste Mal dass ich einem seiner Art gesehen habe und es wird wohl auch das letzte Mal gewesen sein Sein Gesicht hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt Mein Leben und das meiner verbleibenden Soldaten unterliegt einer heiligen Pflicht Hauptmann Arkroyd So Ähm Ja ich muss mal eben Ich hab da was kaputt gehauen und ich kann es nicht aufheben Was hast du denn kaputt gehauen? Ja da liegt doch jetzt ne Flasche Die kann man eigentlich aufsammeln aber ich komm nicht ran Ach egal Ich muss mal im Fenster zu machen der Hund bellt die ganze Zeit da draußen Hahaha So Lala sag doch mal warum du Äh warum das nicht so deins ist oder ist das einfach weil Äh zu viel RPG hier drin ist Und zu wenig ähm Factory Game Ähm ich muss mal eben gucken ich hab grade äh ziemlich viele ausgelassene und übersprungene Frames Oh Weil ich bin da grade bei also bei den übersprungenen Frames durch Codierungsverzögerung bin ich grade bei 28,3% Oh dann musst du vielleicht die Grafik ein bisschen runter drehen Ach shoot Äh Einstellungen Ups Anzeige Ich hoffe dass das jetzt besser ist Ah ok Ich hab sowieso in letzter Zeit das OBS bei mir so ruckelt Also das ist einfach OBS läuft super unflüssig aber der ganze Rest läuft halt Flüssig ich weiß nicht wo dran das liegt Hm So Oh meine Fackel ist kaputt gegangen ist gar nicht so gut Tja Ich hab äh ich kann ne neue Waffel äh ne neue Waffel machen genau Hm Hm irgendwie geht das immer noch relativ Obwohl ich die Einstellung schon runter gestellt habe Mach mir das mal auf Ausgeglichen Ich dachte eigentlich nicht mal ne Grafik hat, dass es schafft Hätte ich jetzt auch gedacht Ah Ok Ok Wenn du blutest dann guck ich mal weiter Ja So Ich spiel sowas auch aber ist halt nicht so meins Ja ok das kann ich verstehen Misty Ratten Hm Oh 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 Hier geht's noch nach oben Oh Oh Gott Verlass mich nicht Jasmin Ist es wahr? Die Erbauer haben dich aus angerufen Zurück zu bleiben während der Rest von uns ruht Wirst du da sein wenn ich erwache Bitte du darfst nicht von meiner Seite weichen Du bist mein ein und alles Warum muss ich alles ändern Ich vermisse die alte Zeit als wir zusammenreißen Seite an Seite Du hast mich neben dir verweilen lassen Du hast meine Hand gehalten und jetzt Wozu diese Geheimniskrämerei Ich dachte du könntest dich mir anvertrauen Ich will nicht dass die Erbauer zwischen uns stehen Ich verliere doch noch das letzte bisschen an Glauben Wenn du schon gehen musst gib mir wenigstens einen Abschiedskuss Von deinem von ganzem Herzen Emily Und dauernd setzt man sich hier auf paar Stüge So ich hab auch noch einen Brief Äh Sturz ins Verderben Wir bleiben hoffnungsvoll Wühlten uns durch die Trümmer und flüsterten Gebete zu den Erbauern Immer mit einem wachsamen Auge gen Horizont Selbst in diesen entlegensten Winkeln der Welt Droht das Niasma uns zu verschlingen Und uns jede Hoffnung zu nehmen Selbst als sich die Luft durch die Durch diesen verfluchten Nebel verdichtete Kämpften wir weiter Als die Brände am Horizont wüteten Und Asche wie Schnee auf die Heulspitze Auf die Heulspitze fiel Hielten wir durch Möge diese Heimat letzte Wacht der Glut Und uns in ein leuchtendes Zeitalter gleiten Da steht natürlich Gehleiten und nicht Gleiten Ich hab übrigens schon wieder eine Fackel kaputt gemacht Ja du kannst übrigens diese Gegner hier auch looten ne Oh, hab ich nen Haufen vergessen? Mhm Oh Das Niasma zieht herauf Die Blauherr schweben Was, schweben nicht mehr so sorglos durch die Luft wie sonst Irgendetwas geht vor sich Ein Nebel strömt auf uns zu Er entspringt dem Abgrund wie einer Flutwelle Sie nennen ihn das Miasma Es bringt Krankheit und Leid mit sich Verändert den Boden und die Menschen Ich muss diesen Wahnsinn verstehen Aber es wird schwierig sein ein Heilmittel zu finden Da die Soldaten die Versorgungswege abgeschnitten haben Balthasar Ich hau hier alles kurz und klein Ja und ich find ne Ruhe Aber dafür braucht man die Triche Ich hab keine die Triche aber ich muss raus aus dem Miasma Oh Oh es wird auch schon dunkel Mhm Oh Ein erholsamer Schlaf Endlich eine Pause von der mühseligen Arbeit Meine Knochen Schmerzen Aber mit der Wärme eines Feuers Einem Unterschlupf und etwas Schlaf Sollte ich mich gut ausruhen können Das Essen wird knapp Ich hab gehört dass sie eine Expedition planen Zum Glück habe ich einige Rationen unter mein Bett versteckt Sie werden eine gute Mahlzeit abgeben wenn sie über dem Feuer gekocht werden Lut, 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 Lut Hier ist so viel Lut Nehme alles mit was ich entzucken kann Hallo Spaddi Hallo Spaddi Guten Abend Hier ist doch bestimmt nochmal Lut für mich Ich hab's doch gerochen Ich das kaputt hauen und kriegt auch Lut raus Ha ich wusste es doch Na wie schauts bei euch aus Sehr gut sehr gut und selber wir haben gerade erst angefangen mit dem Spiel Wie man vielleicht sieht weil wir noch halbnackt rumlaufen Halbnackt? Ja ich hab ne Hose an und ein BH Okay Ups Und bei dir alles gut soweit Okay das kann ich kaputt hauen Ich find das schön dass man hier fast alles kaputt machen kann Hab es mir auch wohl letzte Woche aber es läuft nicht so flüssig leider Ja jetzt wo ich die äh Einstellungen die Grafikeinstellungen runtergestellt habe läuft es bei mir läuft der Stream wieder flüssig weil ich hatte zwischendurch also man eben 30% äh auslastung äh ausgelassene Frames so ähm das war nicht so gut Aber ansonsten läuft es bei mir sehr sehr flüssig Aber ansonsten läuft es bei mir sehr sehr flüssig Jo So Egal wo du guckst da ist die Kiste schon gelootet Ich hab erst eine Kiste gelootet Drei Hätte ich jetzt auch gesagt Es stimmt wirklich Okay Wo bist du? Wo bist du? Da bist du? Äh Von unten kommt er hoch Nein, ich fahre mal mit der Tür ins Haus. Tut n'gag. What? Direkt wieder im Jasma unterwegs. Ja, na klar. Oh, oh. Ich lese sofort die Chatnachrichtung. Ich bin sofort für euch da. Eine Sekunde. Ich muss eigentlich gucken, dass ich hier nicht... Jo. Danke. Okay. Es ruckelt ein wenig im Stream oder liegt es gerade an mir? Nein, es kann an mir liegen. Aber ich weiß nicht, was ich noch einstellen soll, weil ich habe die Grafik-Einstellung schon relativ weit runtergestellt. Ich sehe einfach gar nichts mehr. Erstmal aus mit mir, erstmal rausgehen. Ich wollte gerade sagen, sonst... Jetzt nochmal gucken. Oh. Oh, ich habe einen Magierstab freigeschalten. Einstellung. Äh... Oh. Oh. ... Die Texturen möchte ich ungern runterstellen, aber... ... Alles andere kann ich auf Leistung stellen. Mhm. Die Voxel-Mesh-Qualität lasse ich auch auf Qualität stehen. Ich würde mal ganz oben nochmal gucken, auf was deine Auflösung steht. Das war bei mir gerade 4K. Ja, okay, nee, das geht bei dir. Ja. Hallo, Jaffa. Weil, ähm, die ausgelassenen Frames, die werden größer anstatt kleiner. Eigentlich sollte dein Rechner kein Problem damit haben. Ja, das dachte ich auch, aber bei mir sind alle Zahlen gerade rot. Ich habe ganze 16 FPS im Menü. Ich weiß nicht, woran das liegt. Meinst du, ich sollte OBS mal eben neu starten? Das weiß ich nicht. Weil du hast auch eine ganz gruselige Latenz. Ich, ähm, starte OBS mal eben neu. Ich bin dann gleich wieder für euch da. Bis gleich. Bis gleich. Hm. Sehr komisch. Ja, ich habe grundsätzlich gerade... Äh, obwohl 30 ist in Ordnung. Hm. So, probieren wir den ganzen Bums nochmal. Mhm. Äh, ich sollte jetzt theoretisch wieder da sein und, äh, ich stream schon über Broadcast. Das habe ich schon eingestellt. Das geht sofort wieder hoch. Ich habe weder FPS, also ich habe, keine Ahnung, 35 FPS oder so. Das ist halt nicht viel. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, dein kompletter Stream ist auch voll hart am Ruckeln. Mach mal irgendwie den Task Manager auf. Und guck mal, was bei dir da gerade so hart zieht. OBS hat 66% meiner GPU-Auslastung. Und meine GPU ist auf 100%. Hm. Weil das Spiel läuft ultraflüssig bei mir. Da habe ich gerne... Das hat aber auch nur 0,2% der, ähm, der Auslastung. Mhm. Aber OBS hat halt 67%. Wechsel mal die Szene und starte einfach mal oder beende mal das Spiel, wie es dann aussieht. Hätte ich jetzt mal vorgeschlagen. Mhm. Zurück zum Dash-Stop. Ja gut, jetzt kann man natürlich nicht viel sehen, weil nichts im Hintergrund läuft. Ähm. Ja, ja, aber ist OBS immer noch so am Abkacken? Jetzt ist es bei 30%. Moment, ich weck's mal eben. Äh, worin geh ich denn mal? Ich geh mal in die kurze Pause. Da ist es immer noch bei 35%, 44%. Ich weiß nicht, im Spiel wird's, glaub ich, fast gar nicht liegen. Ich bin sehr verwirrt. Aber die, äh, Prozentzahlen gehen jetzt auch deutlich schneller wieder runter. Wo ich im Hauptmenü war, also wo ich, äh, das Spiel aus hatte. Oh, wow, jetzt bin ich wieder hier. Ach, Schuh-Tee-Tee. Nein. Ich muss schon mal hier den Task-Manager offen lassen. Ja, die GPU ist wieder auf 100%. Naja, aber ich dachte, meine CPU sollte das schaffen. Meine alte hat das auch geschafft. Kodierung überlastet. Reduzieren Sie die Video-Einstellung. Hm. Äh, FPS, Sekunde. Ich glaube, das neue Grafik-Update, äh, was da vor kurzem kam, killt unser System. Oh, das wäre schlecht. Das wäre wirklich schade. Bist du noch da? Oh ja, sorry. Ähm, nehmen mal die, äh, hier, wie heißt das? Anti-Aleasing komplett raus. Irgendwie auf FXAA oder sowas stellen. Habe ich. Weil dann sollte eigentlich nicht so viel Last mehr auf die Cores gehen. Oh, wo schränke ich hier die FPS? Äh, was ist NVIDIA? NVIDIA Reflex? Okay. Reduziert die Systemlatenz und erhöht die Reaktionsfähigkeit des PCs. Das hat immer noch nicht so, also ich habe immer noch 100%. Das Ding ist, ich weiß nicht... So, Moment. Hä? Äh, wenn ich im Spiel drin bin, dann geht das natürlich runter. Der Desktop-Fenstermanager verbraucht 21 oder 20 FPS. Äh, 20 Prozent meiner Grafikkarte. Ja, das ist, äh, die Anzeige von OBS. Hm. Ja, okay, zusammen braucht das dann halt schon 85 Prozent von allem. Hm. Aber das macht OBS ja auch nicht, wenn ich, äh, irgendwas anderes spiele. Das ist ja jetzt gerade nur in dem Spiel so. Heute Morgen in Minecraft hat es ja auch wunderbar funktioniert. Ja. Also es hat sich zumindest keiner beschwert. Nee, ähm, das kann an, äh, hier, wie heißt das? Entschrouded liegen, weil das irgendwelche, äh, Cores von deinem CPU, äh, von deinem, von deinem, äh, von der Grafikkarte benutzt, die auch von, äh, hier, wie heißt das noch? Von Entschrouded genutzt werden. Oder, äh, von OBS. Kann man wahrscheinlich nicht erstellen, oder? Warte, 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 warte. Nee. Oh, hier gibt's auch nur Fenstermodus und Vollbildmodus. Aber das ändert auch nichts. Äh, das ist das Problem, was ich auch habe, wenn OBS läuft. Hm. Oh, geh mir nicht auf dein... Oh, feine, bitte. Hallo, schließen. V-Sync an oder aus? Konntest du testen. Sollte aber eigentlich keine Auswirkungen auf, äh, OBS haben. Nee, ich bin die ganze Zeit bei 100%. Von der GPU-Auslastung. Und Entschrouded hat 0,2 davon. Warte, wenn ich hier mal auf maximale Leistung gehe. Jetzt sieht alles ganz furchtbar aus. Und das will ich eigentlich gar nicht so haben. Aber jetzt bin ich zumindest bei 84%. Oh, das sieht scheiße aus. Na, was sagt ein OBS? Noch ausgefallene Frames? Ja, die Zahl geht wieder runter. Aber es sieht scheiße aus. Ich meine, ich hab kein Gras mehr. Das sieht aus wie ein Spiel aus den, keine Ahnung, 2000ern. Weil bei mir ist, ähm, der 3D-Encoder auf 80%. Alles andere ist aber niedrig. Und der Video-Decoder ist bei 2%. Und diese 2% hat, äh, Entschrouded. Liegst du das gerade in OBS ab oder in deinem Taskmanager? In meinem Taskmanager. Ja, OBS Video-Encoder hat 33%. Chrome hat auf einmal 37%. Das war eben noch gar nicht da. Ich mach... Moment, ich stell jetzt hier einmal Einstellungen. Äh, das mal nur auf Leistung. Damit ich zumindest noch ein bisschen was an, äh, Dingens hab. Und dann mach ich... Chrome mal kurz dazu. Jetzt seh ich weder deinen Chat noch sonst irgendwas. Ja, also... Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich mir deswegen einen zweiten Rechner gekauft hatte. Was hast du für eine Grafikkarte? Äh, eine RTX 40... Scheiße, war das 4060 oder 4070? Super. Ich glaub die 40... 40 super. Äh, 4070. Ja. Ja, ich mein auch... Also, die steht unterm Stream drunter. Ich kann gerade nicht nachgucken, weil ich OBS geschlossen hab. Was leider Gottes echt gar nichts bringt. Hm. Weil, ähm... Hier, Planet Crafter hab ich auch auf maximale Qualität gestellt. Da war das halt auch überhaupt kein Ding. Ups. Aber... Wenn ich hier rumlaufe... Die ausgelassenen Frames und so gehen runter. Langsam, aber sie gehen runter. Okay. Also die Prozentzahl geht runter. Ja. Dann ist... Äh... Also anständig, weil du's über zwei Rechner machst, ne? Äh... Ja, ich hab maximale Leistung drinnen, weil ich auf zwei Rechnern arbeite. Ja. Naja. Aber... Solange die Zahl da jetzt wieder runter geht, geh ich mal davon aus, dass es halbwegs... ...flüssig läuft, vielleicht. Wenn nicht, beschwert euch bitte nochmal, dann muss ich mir was anderes überlegen. Oder ich kann das Spiel halt einfach nicht streamen. Ja, und dann gucken wir einfach nach einem anderen Spiel. Aber ich will das streamen, das ist toll. Ich meine, es sieht halt jetzt schon nicht mehr schön aus. Also, es sieht besser aus als eben, gar keine Frage. Mhm. Weil eben ganz so... Also wirklich komplett ohne, äh... Irgendwie krass. Das sah halt wirklich eins zu eins aus wie die 2000er-Spiele. Mhm. FPS beschränken, entlastet die GPU. Ja, aber wo kann ich die FPS beschränken? In den NVIDIA-Systemsteuerung. Was? NVIDIA-Systemsteuerung. Wie komme ich denn da rein? Äh, rechtsklick auf den leeren Desktop und dann NVIDIA-Systemsteuerung. Oh. Oder gibt's wieder irgendein Grafikkarten-Update, was ich nicht mitgemacht habe? Nee, das muss es nicht unbedingt sein. Auflösung ändern. Nein, 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 nein. Doch, Auflösung ändern. Ist das echt bei Auflösung. Dann Aktualisierungsrate. Oh ja, ich habe auf 144 Hertz gestellt. Oh, und dann packst du es jetzt einfach mal auf 60. Kann ich nicht. 100 ist das letzte, was ich nehmen kann. Okay. Mein Hintergrundbild ist weg. Oh, Moment. Äh. Ja, ich habe den falschen Bildschuh geändert. Okay. So, das sollte jetzt der Richtige sein. Oh, ja. Ja, wir sind auf einmal nur noch bei 80%. Jihau. Wenn ich könnte, würde ich auf 60 runterstellen. Aber wie gesagt, 100 ist so das letzte, was ich einstellen kann. Ich habe 144, 120 und 100. Oh. Naja, wenigstens ist es jetzt wieder Tag. Wo mussten wir hin? Achso, hier auf die Ebene, ne? Ja. Aber hier wollen wir noch nicht bauen, oder? Und wir können hier die erste Basis bauen. Kann man mehrere haben? Ja. Alles klar. Das sieht doch besser aus. Okay, wir probieren jetzt mal was aus. Es muss nicht dringend funktionieren, aber wir probieren was aus. Okay. Das lassen wir. Wir lassen es auf Leistung. Es sieht zwar nicht wunderschön aus, aber wir lassen es auf Leistung. Dann können wir zumindest unser Spiel an einer anständigen Qualität genießen. Ist das direkt wieder hochgegangen, oder was? Ja, sofort auf 98 wieder hoch. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal... Oh. Maximal eine Bild. Genau, das von Jafar durch. 3D-Einstellungen verwalten. Programmeinstellungen, Entschraudet hinzufügen und dann einstellen. Genau. Guck bei mir auf den Stream. Ja, Moment, ich habe deinen Stream nicht auf. Warte, ich mache das am Handy, weil sonst sagt mein... Sag wieder irgendwas, dass es das nicht möchte. Nee, ich mache das nicht. Das ist scheiße. Äh. Moment. Ja, Moment, ich habe gerade... So, jetzt habe ich Qualität. Äh. Programmeinstellungen. Entschraudet, Entschraudet, Entschraudet. Gibt es, glaube ich, nicht. Sonst einfach nur Entschraudet auswählen. Zubügen. Ja. Dann... Moment. Äh. Dann gab es hier irgendwo... Max Bildfrequenz. So, da stelle ich den einfach auf. Ein und dann 60 FPS und dann V-Sync ausschalten. Moment. 60 FPS, eins nach dem anderen. Und dann V-Sync im... Im Spiel ausschalten. Ja. So, jetzt möchte ich gerne OBS wieder nach vorne holen, damit ich auch was sehen kann. Dann brauche ich meinen Taskmanager noch. Damit ich den auch sehen kann. Und dann Einstellungen. V-Sync aus. Und ich bin wieder bei 100% jetzt, wo ich eingestellt habe. Okay. Das hat es tendenziell eher schlechter als besser gemacht. Hm. So, muss eben Essen abholen. Bis später. Alles klar, mach das. Bis später. Und guten Abendsgrad. So, dann... ...machen wir den ganzen Bums hier mal auf... ...50 FPS. Übernehmen. Spiel muss neu starten dazu. Alles klar. Zurück zum Desktop. Entschrouded. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für eure Hilfe. Ich hoffe, das hat auch was gebracht. Und ingame noch V-Sync aus. Das habe ich gerade schon gemacht. Okay. Jetzt bin ich schon wieder hier. Äh, 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 ähm, ähm, ähm. Ähm. Hm? Ähm. Ich möchte was ausprobieren. Was denn? Hm. Ich möchte nochmal was ausprobieren. Nur, nur testweise. Okay, das war zu viel. Das war zu viel. Das ist gut. Guck mal, ich kann auf Qualität spielen. Wohingegen eben nicht mal ausgeglichen geklappt hat. Und jetzt habe ich nur 45 Prozent. Die GPU-Auslastung. Ja. Dann ballert der wahrscheinlich gerade mit irgendwie 300 FPS raus oder so. Was ja absolut nicht notwendig ist. Ja. Aber dadurch wird dann deine Grafikkarte komplett gequillt. Ja. Das habe ich gemerkt. Ah. Ah, schön. Freunde, ich bedanke mich bei euch. So, kann man denn auch irgendwie ein Team erstellen oder ist das wirklich nur... Es gibt Teams, glaube ich. Aber ich weiß nicht, wie man eins erstellen kann. Ich muss mir angewöhnen, dass ich nicht so leise reden darf, weil sonst bin ich ständig abgehackt. Ja. Oder du musst dein Mikrofon lauter machen. Äh, das Problem ist, wenn ich mein Mikrofon lauter mache, ist, wenn ich dann normal rede, dann schlage ich voll und ganz über die Stränge und bin immer im roten Bereich. Das würde ich gerne nicht wollen. Ah, okay. Oh, ist das schön. Ich kann... Oh, ich bin euch unfassbar dankbar. Ohne Scheiß jetzt. Oh. Nein, mach das weg. Ah, Gott, sie wichst. Ich... Ähm... Weil ich würde gerne deinen Stream nicht über den ganzen Bildschirm haben, weil dann sehe ich deinen Chat nicht mehr. So. Wo sind wir denn rum? Hm? Da. So. So, jetzt musst du sagen, wo bauen wir unser erstes hin. Ich hätte jetzt sonst hier genau in der Mitte gesagt. Oh, gegen eine andere Nähe. Ja. Machen wir einfach. Oh. Du bist nicht alleine. Es gibt noch andere Überlebende, die die... Die in den Krypten der Erbauer schlummern. Erwecke sie, damit sie dich auf deiner Reise unterstützen können. Wolf. Sei auf der Hut. Einer befindet sich ganz in der Nähe. Direkt hinter dem hier massmal verhüllten Tal. So, und wenn du jetzt mal auf die Karte guckst... Ja. ...dann siehst du an der linken Seite aktive Altäre. Ja. Ja, cool. Der Fortschritt ist, äh, Server gespeichert und nicht spielerbe... äh, abhängig. Mhm. Genau. Äh, hab mein... WQHD-Monitor auf 50 FPS limitiert. Äh, fühlt sich auch flüssiger an. Bei 60 hab ich, äh, so kleine Ruckler drin, warum auch immer. Oh, wow. Wenn man denkt, dass höhere Einstellungen es besser machen, täuscht man sich manchmal auch. Mhm. Jetzt kommt die Bärenbedrohung. Was? Echt? Oh, nein. Ich hab so'n um mein T-Shirt gestehen. Ich möchte gerne in meinen Rucksack und in mein Crafting... Ach, da. R. B ist Rucksack. B. R. Nicht. Nicht. V. Ja. Mach ich mir halt meine eigene Werkbräcke. Okay. Dann tu dies. Ich wollte erst mal kramslos werden. Oh Gott. Kann ich? Kann ich. Ah. Ey. 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 Wieso kann ich das nicht rüber in die Lager-Truhe? Wow. Ich kann alles rüber. Willst du mich verarschen? Ich hätte ein bisschen Fleisch. Hast du Hunger? Ich hab dir da, äh, was reingelegt. Mhm. Ich krieg grad'n Ausraster. Bitte nicht. Oh, Alter, ist das dumm. Charakter stauchen. Ich hab' doch so'n Magier-Stab freigeschaltet, warum kann ich den nicht? Ja. Ähm, was ist deine bevorzugte Waffe? Äh, eigentlich Kurzschwert. Okay. Okay. Mit Schild? Ja, würde ich jetzt sagen, ne? Okay, dann würde ich ein Magier machen. Okay. Schatten auf Ultra frisst richtig. Oh ja. Hm, ach so, Moment, äh, ich glaub' er kann dann sich auch eins runter, wenn zu, äh, wenn's zur Ruhklang kommt. Äh, find' ich optisch sogar etwas schicker. Danke für den Follow Squad. Ähm. Einstellungen. Wo ist er denn drunter? Ach, da, ein Splattwerk. Stimmt. Es sieht halt... Ja, es sieht tatsächlich besser aus, weil das... 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 Das auf Qualität sieht so flauschig aus, ne? Ja, das reicht mir auch ein Schatten. Aber jetzt läuft's ja auch flüssig. Aber du hast recht, das sieht tatsächlich besser aus, wenn das Splattwerk einen weiter runter ist und nicht auf Qualität. So. Dann... Hab' ich mir jetzt einen Zauberstab hergestellt. Nice. Hast du noch genug Zeug, um dir ein Schild zu machen? Ja, ich... Ja, ich denk' mal, ich hab' Das, was ich... Brauche. Okay. Voll gut. Ich bin ein richtiger Zauberer. Glückwunsch. Aber es sieht so aus, als hätte ich dauerhaft Numaus eingesetzt. Ich nutznieße mal von deinen Truhen, ja? Hast du die irgendwie sortiert? Die ganz rechte ist die Essence-Truhe aktuell. Okay. Ähm. Weil Steinpfeiler hab' ich auch noch. Ja, die hab' ich einfach nur reingeschmissen. Kann ich alles umsortieren, also alles... Oh, oh, lauf. Nix, lauf. Wie bist du denn drauf? Ja, ich... Was wolltest du? Ähm. Ob ich alles zusortieren kann, was schon in der Truhe drin ist. Boah, das weiß ich nicht. Oh, ja. Oh, ja. Mach das gerne. Oh, ja. Mit Umschalt-R. Umschalt-R. Geil. Mach das gerne, Scrud. Und genieß den Stream im Lurk dann so gesehen. Ich hab' die eine Kiste vielleicht vollgemacht. Mit was ist das denn? Mit viel Sachen. Äh, ich hab' ein Schild gefunden, falls du das haben möchtest. Äh, ich hab' schon eins. Äh, Schildstufe eins. Keine Ahnung. Barierkraft sieben. Block zwei. Und... Hier sind für dich noch ein paar Schilde... Äh, paar Schwerter. Mhm. Sauber. Wir haben gar nicht so viel Garn, ne? Wir haben nur relativ viele Stoffplätzen. Naja, dann warte ich mal noch. Ich hab' mir grade ähm... Ähm... Wie heißt das gleich noch? Äh... Was hergestellt. Du kannst aus Pflanzenresten und... Hier, wie heißt das gleich noch? Äh... Ja, aus Pflanzenresten kannst du... Garn herstellen. Dann sammle ich mal eben ein paar Pflanzenfasern. Jo, hab' ich auch gemacht. Ich wollte nur nicht das ganze, äh, Garn wegnehmen, was wir da haben. Weil ich nicht wusste, ob du, äh, schon was hergestellt hast. Achso, ja, ich hatte mir ein eigenes Garn hergestellt. Ah, okay. Moin, Tronik. Knabend. Hallo, Tronik. Wat gate bei dir? Moment. Moment. Okay. Fehlt noch einmal Garn. Dann hab' ich, äh... Zumindest schon mal Hose, Schuhe und Oberteil. Okay, da fehlt mir Stoff. Entschroudet bin ich soweit durch. Ich bin bald Start, ATM 10. Ja, ATM 10 wollte ich noch, äh, warten bis der... Wie heißt das vielleicht noch? Bis die Patches noch ein bisschen weiter sind. Sind da denn schon viele, ähm... Oh, ja. Viele Mods drin? Oh, ja. Oh, schön. Aber ich werde ATM 10 wahrscheinlich überspringen, weil ich ATM 9 erstmal noch ganz, ganz lange spielen werde. Und ich vorher wahrscheinlich nicht noch ein anderes Modpack anfange, zumal es mir bei den Modpacks auch weniger darum geht, die durchzuspielen. Ja, kann ich verstehen. Ich sag' ja, bald nicht gleich, okay. Ja? Ich weiß nicht, ob du geschaut hattest, aber ich habe... Ach nee, Moment, du warst gar nicht da. Nee. Ich habe nicht mit dem Wald angefangen. Oh, warum das? Da kam ein bisschen was dazwischen. Ich musste erstmal eine Brücke bauen, was eine Stunde gedauert hat. Und danach habe ich mit einer Mine angefangen, weil mir die spontan in den Sinn gekommen ist. Dann war die Streamzeit schon wieder vorbei. Ja, ungünstig, ne? Ja, auf jeden Fall. Deswegen... konnte ich dann leider, äh, mit dem Wald nicht anfangen. Ja, kann ich verstehen. Und im nächsten Stream werde ich wahrscheinlich erstmal die, ähm, die Mine fertig bauen wollen. Hm. Hm. Ich habe, äh, gar nichts im Inventar, die Sachen herzustellen. Äh, ich brauche nur einen Stein und einen Garn. Garn, Garn, Garn. So. Ähm. Und wie geht's dir so? Ja, so weit, ganz gut. Ähm. Gestern ein bisschen zu viel... äh, getrunken würde ich es nicht sagen, aber zu viel Partyhart gemacht. Und, ähm, ja. Das war... Ha, ein wenig... zu viel. Freuen wir's? Nee, das nicht, aber das ging total auf die Stimme und, äh, allgemein so auf alles. Hm. Boah. Ich bin gestern um 10 Uhr schlafen gegangen. Ich war so im Arsch. Ja, das glaube ich. Aber ich weiß gar nicht, wovon, weil ich hab den Tag über... Oh, wir waren mit Mita beim Tierarzt zum Impfen. Ja. Das war... Nicht so gut. Also doch, besser als die sonstigen Arztbesuche mit ihr, aber... Ja, aber das geht ja halt auf den Kopf, ne? Mhm. Also, das kann ich verstehen. Nee, aber sonst geht's super. Und bei dir, Tronic? Das ist so dunkel. Wie konnte der Riesenbaum da hinten fast nichts abwerfen? Ja, ne? Und... Ach nee, die liegen alle nur hier. Ich hab die nicht gesehen. Oh, wow. Was fehlt denn alles? Oh, ich kann hier nicht bauen. Ne, Moment, fehlende Materialien. Ja. Also in dem gelben Viereck, was du siehst, wenn du den Hammer in der Hand hast, da drinnen kannst du bauen. Und wenn du kein... Du musst diese Baublöcke extra herstellen an der Werkbank. Oh. Verstehe. Und in letzter Zeit... So, nee. Alles bestens. In letzter Zeit viel Soulmask-Grind gehabt. Ja, Soulmask hab ich mir angeguckt, aber irgendwie bin ich damit nicht warm geworden. Genauso wie... Ach, wie hießen das andere noch? Oh, shoot. Äh, noch so Viking-Game. Damit bin ich auch nicht warm geworden. Ähm. Ähm? Vielleicht... Ja. Brauchen wir erstmal keine groben Holzblöcke mehr. Warum? Weil ich vielleicht... Tausend Stück davon hergestellt habe. Äh, ja. Dann bau mal eben dein... Äh, Haus. Und dann reden wir nochmal weiter. Oh, warte mal. Das ist nur so ein kleines Ding? Ja, wähl mal... Äh, den Hammer aus und drück mal Tab. Oh, oh, oh. Ähm. So. Danke für die... Follow... Follow... X... Sack... Sackl... X... Bruxel. Oder so ähnlich. Oder so ähnlich, genau. Okay, ich dachte, ich bräuchte einen so einen Block. Ne, 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 davon brauchst du irgendwie 100. Dankeschön. Jetzt habe ich 180 Follower. Oh. Ich habe einen Loot Drop aktiviert bekommen. Sehr cool. Ach, stimmt. Ähm. Gibt's... Gibt's nicht aktuell... Drops? Ja. Dann kann ich Ausrufezeichen Drops bei... Ach, kann ich Drops bei mir reinschreiben. Jupp. Da ist der Drops gelutscht. Oh mein Gott, war der schlecht. Ah. Ah. Das verursacht... Körperliche Schäden. Ja. Ja, ich weiß. Ich habe zwar Entschroud schon vor Urzeiten gespielt, aber... Das ist wieder komplett... So ein bisschen weiß ich noch, aber noch nicht wieder alles. Und ich habe Entschroud heute das erste Mal gespielt. Beziehungsweise ich habe gestern mal ganz kurz reingeguckt, um so die Grundfunktion kennenzulernen. Aber ansonsten ist das quasi mein erstes Mal. Das ist mega. Was... Wo ich hier halt dran denken musste, war... Ähm... ...dass du hier voll in... ...im Bauen aufgehen könntest. Mhm. Ich höre meine Alerts immer noch nicht. Ich habe das noch nicht gefixt. Äh... Danke, Zack, Greg. Ich hoffe, das ist in Ordnung und richtig ausgesprochen für den Follow. Danke schön. Oh, ja. So macht der Name viel mehr Sinn. Ähm... Warum höre ich meine Alerts nicht? Weil die nicht ins Mischpult reingehen wahrscheinlich. Genau. Und du das Monitoring dann wahrscheinlich bei OBS nicht anhast für deine Alerts. Irgendwie das Monitoring. Also, nur ich höre die nicht. Der Stream hört die Alerts. Ja, du hast das Monitoring nicht an. Wie mache ich das? Äh... Ja. Rechtsklick auf die... Äh... Audio-Ausgabe von den Alerts. Mhm. Und dann... Erweiterte Audio-Eigenschaften. Äh, Moment. Achso. Ja, ist richtig. Moment. Und dann steht da Audio-Monitoring und das müsste bei alles bei dir aus sein. Ja, nur bei Stream-Elements nicht. Also bei den Alerts nicht. Da ist es nur Monitoring an keiner Ausgabe. Achso. Monitoring und Ausgabe wahrscheinlich. Richtig? Ja, würde ich jetzt sagen. Okay, cool. Jetzt höre ich vielleicht auch meine eigenen... Jetzt ist da ein rotes Ausrufe... Ausrufezeichen. Okay. Äh... Das weiß ich nicht. Jetzt ist keiner Audio-Spur zugewiesen und würden nicht in Streams oder Aufnahme zu hören sein. Ah. Öffnen Sie die erweiterten Audio-Eigenschaften. Wählen Sie... Durch einen Rechtsklick oder durch das Zahnrad im Mixer-Dock... Achso. Ach. Achso. Ja. Äh... Ja. Okay. Ja. Ja. So. Jetzt. Jetzt. Jetzt höre ich meine Alerts vielleicht auch wieder selber. Okay. Bei Entschroded warte ich auf das nächste große Update. Dann geht der Grind weiter. Ja, kann ich verstehen. Bei mir gab es jetzt schon sehr viele große Updates, da ich, ähm... Das zur, ähm... Release gespielt habe. Da war auch noch die... Mention von... Ach, wie heißt der gleich noch? Äh... Vom Drachenlord mit drinne. Und ich glaube, ich habe aufgehört, als die rausgepatcht worden ist. Oh, da geht es jetzt schon wieder los beim Bauen, ne? Oh, gefährlich, gefährlich. Wieso? Oh, nur so. Und ich finde das so geil, du kannst hier so viel Krams drinne bauen. Huf. Huf. So, dann ich gerne... Oh Gott. Frii. Achso. Okay. Ich habe verkeckt. Habe ich nicht, habe ich doch, habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich doch. Warte, was? Habe ich das jetzt davor platziert? Nein. Doch, äh, mit Rechtsklick kannst du das, äh, wieder abbauen. Also den, ähm, oh, wie heißt das gleich noch? Das, was du in der Hand hast, mit der Größe, entfernst du dann Sachen. Das heißt, wenn du einen ganz kleinen Block in der Hand hast, kannst du hier einfach ein eigenes Fenster reinsetzen. Dieses Spiel wird mein Untergang sein. Daran musste ich nämlich die ganze Zeit denken. Dass du da, glaube ich, sehr, 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 sehr viel Spaß dran haben wirst. Scheiße. Und sehr, 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 sehr viel, äh, bauen kannst. Du weißt aber schon, dass wir bald, äh, 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 nein! Äh, äh, ich weiß schon, dass wir bald, äh, äh, das bald Dingens losgeht. Ja? Äh, ja. Oh, nein, das ist ja, oh, das ist wie Chisel and Bits bei Minecraft. Mhm. Oh, shoot. Ich entschuldige mich jetzt schon mal aufrichtig, ja? Ja, die Sache ist halt, ne, ähm, man kann ja wiederkommen. Das müssen wir. Ich dachte, du hast die Streams von Tobi und Gronkh gesehen. Ja, aber nicht so genau. Ah. Ja, da kann man richtig schön wahnsinnig bei werden. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist noch, dass du irgendwann anfangen kannst, du kriegst auch noch an, du kriegst ja zig andere Materialtypen noch. Dieses Spiel wird mein Untergang. Oh, scheiße. Oh. Ich hab was zum Vorlesen. Krieg. Leuchtstein ist gefallen, König Gormander ist tot. Eine Armee von Geisteskranken, Widerwärtigen und Bleichen, die kaum ihre Füße über dem blutigen Boden heben können. Sie schleppen sich durch unsere Täler, durch das Miasma, angeführt von dem verrückten Wachen des Nordens. Ich wusste immer, dass das Elixier das nur Misstrauen sehen würde. Ich blicke hinauf zu den Warten der Erbauer, hinauf zum Himmel. Es gibt kein End drinnen. Wir müssen standhalten. Balthasar. Konnte man nicht mit Z einen Bauvorgang rückgängig machen? Ich kann mich nicht genau erinnern. Das ist eine Weile her. Oh, das weiß ich auch nicht. Ja, lese mal unten rechts bitte. Ganz unten rechts in deinem Bildschirm. Oh, ja. Ja. Ihr tut mir echt leid. Wer jetzt genau? Meine Zuschauer. Oh. Ihr tut mir auch leid. Ich hoffe, ihr wisst, was das gerade bedeutet hier. Ein harter Weltuntergang. Mhm. Gut, dass der Server immer an ist und ich immer drauf kann. Ja. Das wird sehr gefährlich werden. Und wie gesagt, man kann auch noch multiple Bases bauen. Das heißt, zum einen kannst du einfach in anderen Bereichen, bauen und zum anderen kannst du auch den Bereich so aufbauen, dass dann da in der Nähe der Loot leichter geholt werden kann. Hm. Ach, ich bin genauso. Da geht's ewig. Oh ja, das wird richtig schlimm werden. Aber ich lieb's halt jetzt schon. So, jetzt brauche ich erstmal neue Baublöcke. Aber ich finde das, ich finde das Prinzip von diesem Spiel halt einfach mega geil. Oh ja. Ach ja, und wenn der Server neu gestartet wird, wird übrigens, ich glaube, alles zurückgesetzt bis auf die geöffneten Truhen. Bei denen bin ich mir nicht sicher. Und alles, was sich in den Vierecken befindet. Also ist alles, was wir gebaut haben, quasi dann noch da. Genau, aber die Welt setzt sich zurück. Hm. Äh, das heißt zum Beispiel... Oh, warte mal, man kann die Welt abbauen. Ja. Also man kann hier Löcher in die Erde reinpflanzen. Jo. Äh. Zack, Brack. Jo, hab ich. Ähm, ich glaube... Warte. Let me have a look. Wir spielen das jetzt vielleicht gerade mal eine halbe, dreiviertel Stunde. Ich habe 40 Stunden da drin schon gespielt. Oh, tut mir so leid, ihr armen Schweine. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ohne Ball. Ach, es gibt noch extra Dachblöcke. Hm. Ja. Äh, Zack, das dachte ich nämlich auch. Ähm, dass man jetzt den perfekten Moment hat, äh, rein zu starten. Okay, ich brauche mehr Pflanzenfasern. Die kriege ich wahrscheinlich nur aus den Büschen, oder? Mhm. Mhm. Äh. Du weißt, was das Schlimmste an diesem Spiel ist? Es wird noch schlimmer? Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich dir das verraten kann. Wieso solltest du es mir nicht verraten können? Also. Geh mal in, geh mal in mein Haus rein. Jetzt sieht man das hier. Du siehst wie, äh, du siehst das Comfort-Level, ne? Wenn du jetzt mal hier rangehst, in die Nähe des Feuers. Ja. Ähm. Mit einer gewissen Art von Dekoration, Bodenbelag und, 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 steigt dein Comfort-Level, wodurch du einen verbesserten Bonus auf deine Ausdauer bekommst. Und es gibt sehr viel Dekoration. Ja. Ja. Nun. Ja. Oh. Ey, ich hab was gefunden. War das das, was du auch gefunden hattest mit dem Krieg? Ja. Ja, ja. Also wenn es nicht mehr leuchtet, wurde es schon vorgelesen, glaube ich. Ah, okay. Oder dann war da schon jemand dran. Ja, wenigstens hast du die Truhe noch nicht gefunden gehabt. Oh. Ist aber gar nicht schlimm, da waren nur einmal Bandagen drin. Verdammt. Ah, das Hunde-Baby hat noch was aus ihrer Snackbox bekommen. Wenn es jetzt bei mir im Hintergrund knackt, dann ist es der Hund, der auf irgendwas rumbeißt. Das sind nicht meine Knochen. Ausnahmsweise mal. Mhm. Ach ja, und mit der Hake kannst du das Land anflachen. Hm. Äh, in die mittlere Truhe packe ich dir mal ein paar Dächer rein. Zwar nicht viel, aber für nichts. Ein bisschen was. Was war O? Ah, Hilfe. Hilfe. Böses Wölfchen. Ach, da ist ja noch einer. Ich wollte euch nicht angreifen, das seid ihr selber schuld. Hm. Oh Gott, ist das. Oh Gott. Oh ja, hier sind gute Frische, um Pflanzenbasern zu sammeln. Hm. Oh, ich glaube, ich habe Kupfer gefunden oder so. Ich glaube, das ist Feuerstein. Oh, ja. Oh. Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Was für eine Errungenschaft. Wofür brauchen wir Feuerstein? Äh, ich glaube, daraus kannst du dann bessere Pfeile bauen. Ich benutze keine Pfeile. Ja, also sowas in die Richtung. Oh, nice. Guten Hunger, Lala. Guten Hunger. Lass es dir schmecken. Wo war es das denn da oben? Ach, da sind wir hergekommen. Jo. Oh, man kann damit, äh, bessere Dächer bauen. Ich glaube, ich muss nochmal ganz kurz zurückgehen. Ein bisschen Wasser an Feuersteinen müsste noch drin sein. Warum liegt hier toter Wolf? Äh, die... War nicht von mir. Die können aber, äh, die können zum Beispiel einfach irgendwo runtergefallen sein. Als Beispiel. Ja, das würde hier wahnsinnig viel Sinn machen. Ja, auch, äh, mit dem, äh, Anpassen des Winkels. Und ich bin so froh, wegen der Z-Taste, die gab es ja vorher noch nicht, dass du das wenigstens ein bisschen anpassen kannst. Das war vorher echt der Holy Crap. Der Holy Crap? Ja, ja. Oh, ich mag Crap's. Den hättest du nicht gemocht, sag ich dir. Ich komme erstmal zurück. Ich habe kommende Ausdauer. Ah. Ach. Ah. Wie zählen eigentlich die Zuschauer bei beiden bei Multitwitch? Ich glaube ja. Da bin ich mir aber unsicher. Oh, das weiß ich leider auch nicht. Ich auch nicht. So. Dann bohrt sich das straight up ein schiefer Haus. Ja, na klar. Oh nein. Meins ist umgedreht. Wie drehe ich es wieder zurück? Oh. So. Oh nein. 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 Sei dank, dass du die Zurück-Taste. Oh ja. Ich stelle mich mal ganz kurz in dein Haus rein. Ja. Oh ja. Das war's. So, ich hätte jetzt wahnsinnig gern noch ein bisschen mehr Shiva. Ja, dann musst du hier Ding ins Kirchendier holen. Was? Eine Spitzhacke und das abbauen. Okay, ja. Bin ich die ganze Zeit bei. Okay. Achja, und noch ein Tipp. Jedes Mal, wenn du eine Werkbank ansprichst, wird alles repariert. Voll gut. Mhm. Oh. Ich bin gespannt, ob Gronkh auch noch Satisfactory noch mal spielt, wenn der Full Release rauskommt. Ich gehe eher nicht davon aus. Ich glaube auch nicht. Also der hat viel zu viel auf dem Schirm. Mhm. Hm. Ich meine, der macht nicht ohne Grund die ganzen Live Let's Plays, weil er dann halt zwei Sachen gleichzeitig geschafft bekommt, ne? Ja. 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 Wie war das? Ja. Du weißt, was richtig schlimm ist? Was denn? Dass du auch noch Wohnungen für andere Leute bauen musst Oh ja, das habe ich tatsächlich gesehen Ich habe gesehen, wie Gronkh und Tobi sich, ich glaube, den Schmied oder so geholt haben Und so kriegst du dann neue Sachen dazu Wie findest du das, das Game mit dedizierten Server geht gut Dedicated Er ist aber auch dediziert für uns Ich find bei Multiplayer Spielen sollte das der Hauptfokus Also wenn du solche Games hast, die von Multiplayer leben sollte das der Hauptfokus sein Wenn du Multiplayer integrieren möchtest Wenn das hier ein Singleplayer Spiel wäre Wäre mir das egal Aber Nehmen wir Planet Crafter als Beispiel Da hat es gefehlt, sag ich jetzt mal Dass man nicht einfach sagen kann Hey komm Ich Mach jetzt den Server auf Und Man kann später dann noch weiter spielen Ohne dass der andere online sein muss Das fehlt echt hart Also bei Planet Crafter Hier find ich das super Und halt wenn du In den späteren Bereich kommst Wo du irgendwas mit Landwirtschaft oder sowas hast Ähm Und dann hast du dann in einem Singleplayer Spiel drin Okay, es dauert 40 Stunden übrigens bis die Pflanze gewachsen ist Ähm, ja Schwierig Mhm Aber bei ganz vielen Spielen hast du ja mittlerweile diese Ähm Dedicated Server Direkt schon Sei es Ähm In einer In einer Hier im Early Access Oder im Endgame Hast du es direkt Dabei Ja Also hier bei Asgard war es Ähm Soulmask hatten wir Da war es auch Entschrouded Alles Early Access Games Mit äh Der Möglichkeit von Eigen erstellten Servern Und das find ich super Weil da bist du auf niemanden angewiesen Können wir irgendwie Stoppwetzen herstellen? Nee, aktuell noch nicht Da müssen wir gegen Ähm Ähm Gegner kämpfen Okay So, ich pack auch mal Das noch mit da rein Und das mit da rein Alternativ könnte ich auch Die Taste drücken Damit der alles zusortiert Mhm Ja, also wenn du Wenn du wollen würdest Könnten wir Auf Erkundungstour gehen Ja Halt, ich muss erst noch Äh, das Fleisch braten Was ich noch dabei habe Ja, genau Ich hab meine komplette Äh Mein komplettes Ich Hab ich entledigt Ja, solange du es nur Ent und nicht erledigt hast So ist, denke ich Alles fein Mhm So, hast du schon ein Bett? Nein Ich brauch Stoffwetzen dafür Warte mal eben Oh, ich hab noch vier Stück Dabei gehabt Nice Äh Ich hab dir das einfach mal Ins Haus gestellt Dankeschön Weil dann könnten wir gleich Einfach nochmal ne Nacht Pennen Und ja Einmal Garn Hün Mö So So. Was denn? Äh, ich hab mir grad, Moment, das Kommentar von Zack durchgelesen. So. Äh, finde das in Once Human auch nice, typisches MMO-Wives, wäre halt in Entschrouded unpassend. Ja, an sich schon. Aber das Problem mit Once Human ist, sobald die Server abgeschaltet werden, hast du keine Chance mehr, das Spiel überhaupt zu spielen. Dafür ist es aber kostenfrei, das finde ich dann wieder in Ordnung. Ähm, und das Building finde ich in Once Human zwar nice, aber das beste Building hat aktuell, äh, Entschrouded in dem Fall. Weil du viel größere Möglichkeiten hast. Und das Voxel hier halt richtig gut zur Geltung kommt. Ja, vor allem Voxel, aber halt nicht so Voxel-typisch, also nicht so Block-mäßig, wie man das aus, äh, keine Ahnung, Foundry zum Beispiel oder Minecraft halt kennt. Äh, ja, aber bei Foundry kannst du auch die komplette Erde abbauen. Ja, ja, aber, ähm, da ist es trotzdem in so Block-mäßig gehalten und hier hast du halt keine Blöcke als Welt, weißt du? Ähm, ja, da hast du recht. Ähm, ja, aber das, was du bauen kannst, ist halt blockig. Aber was ich cool finde, ist, ist dir aufgefallen, dass dein Dach einen First bekommen hat, ohne dass du den extra platzieren musstest? Ja, voll geil, oder? Ja. So. Ich hatte dir extra mal das bessere Bett gegeben. Ach, Kühlen. So. Das kann rein. Das lassen wir, das lassen wir auch. Oh, nee. Die Pilze sind eher was für dich, weil die bringen plus zwei Intelligenz. Ja, das ist gut. Und Gesundheitswiederherstellung sollten wir auch mitnehmen. Ganz eine Nachricht von Twitch. Was? Ach, wenn Leute live, ist es doch so. Oh, ja. Nee, ähm, ich hab meinen zweiten Drop freigeschaltet. Ähm, gilt das auch, wenn ich per Multitwit schaue? Oh, ja. Oh, ja. Voll gut. Auf jeden. Das Bauen in Entschrouded, das hat mich umgehauen. Vor allem, äh, was, was die Möglichkeiten da sind, ist halt pervers. Oh, ja. Allein, dass du hier, hm, ich hab Bock auf einen, äh, Steinweg, der hier lang geht, hm, baue ich den eben. Das Fenster soll größer sein. Okay, ey, komm, baue ich eben. Ähm, ich hab darauf Lust, hm, baue ich eben. Und dass du halt so klein bauen kannst, finde ich geil. So, ähm, eben fix schlafen gehen. Ich freu mich schon auf die besten Truhen, die ich je gesehen hab. Was sind die besten Truhen, die du je gesehen hast? Ähm, hier gibt es magische Truhen. Die kannst du irgendwann später bauen. Die, ähm, kannst du wie normale Truhen verwenden. Aber die greifen auf alle, äh, deine, wie heißt das gleich noch? Deine, deine Werkbänke greifen auf alle magischen Truhen zu. Erfolg. Und ja. So, vergeht die Zeit überhaupt? Muss man das extra einschalten? Config Datei. Game Settings. Enable Starving Debuff. Ne, den wollen wir nicht. One Head Backpack Materials. Okay, jetzt noch mal ins Bett. Das kann sein, weil es tagsüber war. Ja, 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 ja. Sie hier oben links. Ja. Sekunde. Jojo, kein Stress. Oh, jetzt ist Tagesanbruch. Da muss nur einer von uns schlafen, damit es schneller geht. Weiß ich nicht. anscheinend. Cool. So. Oh. Wenn dir eine Steinwand zu langweilig aussieht, dann bringen andere Steinwände als Einzelblock ein. Die, die Möglichkeit allein ist geil. Oh ja. Uh, Fenster. Nice. Ähm. Do you want to play the quest? Sekunde. Habt ihr gesehen? Die Arschkuh hat ein T-Shirt an. W-was heißt denn hier jetzt? Arschkuh? Ja. Hat nicht mehr genügend Materialien für ein Bett. Hat aber ein T-Shirt an. Das hab ich dir eben erzählt. Ja. Aber ein Bett voll, ne? Ja. Mhm. Geht ja mal gar nicht. Mhm. Oh. Lol. Ach so. Riesengroßer, riesengroße Einblendung. Sie haben neuen Twitch-Drop freigeschaltet. Uh. So, ich, äh, bin, äh, bereit. Ja, das bin ich auch. Ja. Okay, gut. Gott, was war denn das? Was? Uh. Ausrüsten. Ausrüsten. Oh, wie kann ich die einsammeln? Äh. Escape? Ja. Twitch-Drops. Hä, warum steht denn da jetzt schon wieder Konto verknüpft? Das hab ich doch jetzt erst letztens gemacht. Weiß ich nicht. Liegt bestimmt an der 60 FPS-Begrenzung. Hm. Hier steht, Step 1 hab ich gemacht. Step 2 hab ich auch gemacht. Step 3 ja, das ist das Anschauen von den Streams. Ich hab die doch auch schon eingesammelt. Ich bin doch nicht, ich bin doch nicht blöd. Hast du denn dein Spiel mit, äh, Entschrouded verknüpft? Das ist doch das, was ich machen muss, wenn ich, äh, mein linke Count. Drück mal wieder auf Twitch-Drops. Ah. Und? Warum hab ich denn jetzt alles zweimal? Oh, weil, vielleicht von mir? Nee. Zu oft Leertasse gedrückt? Anscheinend. Ich wusste nicht, dass wir das mehrfach, äh, cremen können. Hm. Aber das sind ja auch nur Ausrüstungen, richtig? Also nur, nur, äh, Skins. Genau. Nice. Oh, wow. Ich hab, ich hab, mh. Du hast einen Ring. Mhm. Ja. Okay, cool. Äh, äh, breit. Okay. Willst du das nicht irgendwie noch zerlegen, entfernen? Für mehr Inventory Space? So, ich kann das entfernen. Okay. Ups. Ich hab irgendwas gelöscht, was ich nicht löschen wollte, aber egal. Ja, das war die Hose, wahrscheinlich. Nee, noch was anderes. Aber ist nicht schlimm. Oh. So. So. Okay. Bereit. Äh, vielleicht sollten wir uns einmal nochmal ausruhen. Hm. Ganz kurz. Weil es schon wieder dunkel wird, meinst du? Äh, nee, weil, äh, von 17 Minuten fünf Minuten schon vergangen sind. Oh. Hat mal einen längeren Bonus. So. Ja, mit viel Sprinten ist sie am Anfang auch noch nicht, ne? Klar. Muss halt nur zwischendurch anhalten dann. Und es kommt halt darauf an, was für Essen du gefuttert hast. Hm. Weil das gibt auch nochmal Buffs, bis zum geht nicht mehr. Da ist schon Chalte. Gibt es irgendwie Punkte, die man verteilen kann? Ja, das gibt es anscheinend auch noch. Da weiß ich aber grad nicht. Chalte? Chalte. Hier kann man schlafen. Oh. Ich hab was zum Lesen gefunden. Äh, Tage... Ja, oh, wow. Tagebuch des Hauptmanns, Tag sechs. Die Angreifer haben uns die letzten zwei Tage belagert und von der Brücke aus angegriffen. Ihre Augen, dieser Wahnsinn. Wir konnten uns bisher nur gerade so am Leben erhalten. Vielleicht überleben wir den nächsten Angriff nicht. Ich habe befohlen, den Übergang mit unserer letzten Munition zu bestücken. Äh, wenn diese Plünderer zurückkehren, sind wir vorbereitet. Hauptmann, arg right. Ah, der ist immer arg richtig. Oh. Oh, Braylon-Brücke. Also da muss ich ja sagen, bei einigen Sachen würde ich dann doch eher es wünschen, dass die die Namen zum Beispiel wirklich auf Englisch dann haben. So, Aylen-Bridge oder so. Hm. So. Nochmal was zum Lesen. Tagebuch des Hauptmanns, Tag 20. Wir sind hungrig. Wir mussten die Brücke zerstören und damit unsere Versorgungsroute. Aber es hat funktioniert. Wir haben keine Plünderer mehr gesehen. Die Flammenkrypter und alle im Inneren sind jetzt sicher und müssten es auch bleiben. Wenn wir nicht verhungern wollen, müssen wir wohl unser Glück in diesem schrecklichen Miasma versuchen. Beides wird unser, unseren sicheren Tod bedeuten. Da, da, da. Das klingt nicht so... Hm. Verheißungsvoll. Ja. Ähm. Habe ich erzählt, dass Entschrouded zwischendurch so ein dezentes Horrorgame ist? Oh, nee. Oh, das, das meinst du nicht ernst. Oh doch, zwischendurch kannst du ein bisschen, ähm, wir haben hier Nebel und Gegner, die einen angreifen können. Und, ja. Achso, ja, das ist in Ordnung. Okay. Noch. Oh. Hey, kämpfst du nicht einfach ohne mich? Hm, sag die Richtige. Ich will doch mit draufhauen. So, siehst du das hier, das, was so leuchtet? Ich hab noch einen Ring gefunden. Hast du schon einen? Nee. Guck mal, ob da einer drin ist. Ja, hab ich gerade aufgesammelt. Oh. Da war keiner drin. Ich kann auch B, warte, man lauft mal nicht weg. Schenken. Nice. Und den brauchst du auch nicht? Ach, nee, Ausdauer und Lebenspunkte. Ich hab, äh, ich hab selber schon so einen Ring. Ah. Ich mein, man kann zwei ausrüsten, aber ich dachte, das wäre vielleicht sinnvoller, wenn jeder von uns erstmal einen hat, bevor einer alles hat. Oh, ja. So. Oh. Ich komm gleich. Hier ist Lude. Jo. Ich mach mal ein bisschen Sonnenbaden hier, ne? Machens das, machens das. Tag. Jo, und Tag. Was ist das? Äh, nur Pilze. Ich war der Hoffnung, da ist irgendwas anderes noch. Weil's geleuchtet hat. Jetzt sind wir oben. Auf der anderen Seite der Brücke übrigens. So, den nächsten Zettel darfst du lesen. Okilipokli. Okilipokli. Es werden spektakuläre Fortschritte erzielt. An alle, die ihre Augen auf mein wunderbares... Nein, lass mich noch einmal beginnen. An alle Reisenden. Meine Großartigkeit hat dieses Gebiet erobert. Nein, ich fürchte, das ist auch nicht richtig. Die Brücke ist fast fertig und ich finde verdammt nochmal keine Worte, um meine Freude auszudrücken. Was für ein Glück, dass eine Miene, die uns so nahe ist, solche Reichtümer an Erzen liefert. Aber eines ist sicher. Ich werde diese Brücke nach meiner lieben verstorbenen Tante, fünften Grades, Braylon nennen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob sie sich geschmeicheln fühlen würde. Wäre sie noch am Leben. Denn sie und die Brücke haben nicht nur den gleichen Namen, sondern auch dieselbe raue Natur. Gezeichnet. Ich habe jemanden mitgebracht. Der wollte kuscheln. Okay. Ja. Vielleicht solltest du irgendwas essen, was dein Leben wieder auffüllt. Ach. Hast du einen Heiltrank? Ja. Okay. Ich habe auch andere Sachen. Oh oh. Du bist nicht runtergefallen, oder? Äh, nein. Aber hier sollten wir glaube ich noch nicht, eigentlich sollten wir glaube ich unten lang gehen, oder? Aber wir sind doch unten lang gegangen. Ja, äh, unten, nicht weiter nach oben gehen, meine ich. Ach so, ja, wir kommen hier gleich sowieso nicht mehr weiter, also von daher müssen wir sowieso weiter nach, also nach da hinten gehen, schätze ich. Ach so. Ach so, wir hätten unter der Brücke lang gekonnt, das meinte ich. Ach so. Und wir brauchen Miasma Holz. Das heißt Miasma. Miasma. Okay. Kriegen wir das raus, wenn wir unten in den Miasma Bäume abbauen? Ja. Wofür brauchen wir das? Äh, für irgendwas, was wir bauen können. Ah, für, ich glaube den Enterhaken und das Schild, oder, äh, nicht Enterhaken, äh, äh, Enterhaken und, äh, den Gleiter. Ah, okay. Uh, andere Büsche. Uh, auch Helia Blumen. Blumen. Oder? Auch Reolin Blumen. So. Oh, oh. Ich bring ein paar Gegner mit. Du konntest sie wieder nicht in Ruhe lassen, oder? Nee. Nice. So. Und wir müssen hier wirklich, oh, äh, kannst du auf das Fass schießen? Achtung, hinter dir. Bamm. Uh. Ich hätte irgendwie mehr erwartet. Ich auch. Ich mein, Metallschrott ist gut. Kann ich mir dann, äh, ne Tür von bauen. Okay. Oh, hier geht's nach oben. Hoi, Rekka. Äh, bei den Em... Äh, warte, warte. Komm mal auf die vorne. Bei den Erbauern. Ich habe es geschafft. Equilibrium. Das Subjekt verweist nicht. Verweist nicht. Ähm. Unberührt vom unerbitterlichen Fluss der Zeit. Die Seele einer Flamme in einem sterblichen Körper. Igni ist der Beweis. Wir können überleben. Wir können das schaffen. Diese Seelenkessel werden unsere einzige Chance gegen das Miasma sein. Wir haben keine andere Wahl. Balthasar. Oh, gut. Oh, da kriegen wir Stofffetzen raus. Jep. Oh, oh, ich habe vergessen... Okay. Was? Ich habe vergessen, dass wir hier keinen Gleiter haben. Noch nicht. Das ist richtig. Oh. Hier, komm mal zu mir. Hier kannst du deine Ausrüstung reparieren. Voll gut. Noch ein Fehlschlag. Der Seelenkessel wurde während des Tests zerstört. Die Ratte, die ich benutzte, wurde von den Flammen verkohlt. Ein heller Blitz. Dann war alles weg. Zum Glück war ich nur vorübergehend geblendet. Ich habe mir ein neues Subjekt verschafft. Wieder eine Ratte. Igni. Hoffentlich bahnt sie uns den Weg zur Erlösung. Weitere Rückschläge kann ich nicht akzeptieren. Ich werde dafür sorgen, dass der Seelenkessel hält. Als ob mein Leben davon abhänge. Und das tut es wohl auch. Balthazar. Der gute Olde Balthazar. Und es hat gut gemacht. Ja, bei dem wahrscheinlich wirklich. Krypto der Erbauer. Schmied. Achtung, da hinten ist ein Dude. Wag dich hinaus. Es ist vollbracht. Der Seelenkessel ist empfindlich und fragil, aber voller Potenzial und Hoffnung. Der erste, der hineingeht, wird unser Prototyp sein. Ein neuer Funken in einer erloschenen Welt. Glücklicherweise hat sich der Schmied freiwillig gemeldet. Er muss die Krypta betreten und schlafen, bis er wieder geweckt wird, damit er nicht in die Ewigkeit entschwindet. Mögen sich aus der Asche einer vergangenen Ära ein neues Zeitalter erheben. Balthazar. Und wir haben ganz schön viele Sachen freigeschaltet. Hm, weil ich den Schmied gelootet habe. Ah, okay. Geheimtipp nur so nebenbei. Hm? Du kannst auf unser Feuer klicken und dann kannst du eine Schnellreise machen. Ach ja, stimmt. Das hatte ich noch gesehen. Also, wir können jetzt erstmal zurück oder hier nach unten laufen. Und ja. Aber was haben wir denn neues freigeschaltet? Handwerk. Ah, wir können jetzt den Beschwörungsstab bauen. Damit können wir Leute beschwören. Da, 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 da. Ähm. Und wir haben neue Werkstätten. Oh. Magische Truhen haben wir freigeschaltet. Das ist mega. Und Handwerk. Ja, ein Kohlebrennofen. Der kann Kohle herstellen. Nein. Und eine Schmiede. Da kann man Metallplatten herstellen. Hm. Da möchte ich gern hin. Hm. Das war dumm. Du bist straight up runtergejumpt? Fast. Äh. Kannst du mich wiederbeleben? Ja. Ich gehe hier mal so ganz entspannt den ganz normalen Weg runter. Mach das. Mach das. Das wäre der schlauere Weg gewesen. Tolles Wiederbeleben. Man wuschelt da so ein bisschen vom Kopf rum und wiederbeleben. Oh. Ja, ich glaube, hier sollen wir noch nicht hin. Doch, doch, doch. Ja? Ja, ja, klar. Die sind Stufe 3. Ja, auch. Nein, warte, wir sind Stufe 2. Nein, nein, nein. Geh schau. Dein Zug! Ja, ne? Warte, wenn wir die Einzelnen rausziehen, schaffen wir das trotzdem. So, nächster ist down. Hm. Der andere ist hinter dir. Geh mal beiseite. Das hat ja überhaupt keinen Schaden gemacht. Das ist wahnsinnig traurig, tatsächlich. Okay, also, ähm, wir ziehen mal weiter. Was? Du musst dich heilen und da gehen wir später rein, würde ich sagen. Ja, du hast auf zwei, hast du Verbände, die heilen dich besser. Ja, du hast auf zwei, hast du Verbände, die heilen dich besser. Hier gibt's noch Loot. Oh, oh. Ja, ich bin Holzfällen. Okay, du gehst da also direkt rein. Ja, klar. Hm. 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 Hinter dir. Hm. Willkommen zurück, Lala. Bibi. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Von oben. Hm. 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 Okay. Siehste, ist doch easy. Ich wollte die entschärfen. Wow. Das hat nicht so gut geklappt. Nee. Das hat nicht so gut gemacht. Ich habe einfach unter dem meine Ausrüstung repariert. Die Käfige geben Metallschrott. Nice. Danke für den Tab. Das können wir gut gebrauchen. Ich komme gleich wieder. Ich muss mal meinen Hund beruhigen. Okay. Hier ist natürlich nichts, oder? Oh Gott. Okay. Okay. Die komischen Tröger auch. Okay. Da ist so das, was ich gerade... Nice. Fähigkeiten. Dann mache ich hier Steinmetz, hochwertige Ausrüstung, Bergarbeiter, Holzfäller. So, ich bin zurückgekehrt. Jo. Und gleichzeitig noch was zu essen geholt? Ähm. Ähm? Das ist mir in die Arme gestrunken. Ah. Ich habe gesehen, du hast den Skillbaum gefunden. Ja. Das sieht auch aus, als könnte es Metallschrott geben. Oh ja. Nice. Oh, pass ab. Okay. Hm? Voll am durchdrehen. Ich habe gerade noch irgendwo ein Pupen gehört. Ja, habe ich auch gerade. Ach, da. Oh, oi. Oh. Oh. Holy. Das letzte war ein Crit-Hint, oder? Nee. Bei mir war es ein ganz normaler Schlag. Cool. Ich lese mal eben vor. Das Elixier. Eine Flut des Lebens. Äh, Elends. Entschuldigung. Ähm. Ich begreife die Formel nicht ganz. Sie ist raffiniert, jenseits aller Vorstellungskraft. Es überrascht mich nicht, dass der Ursprung dieses Rezepts nicht von dieser Welt ist. Hergestellt aus dem Fleisch dieser winzigen, zarten Pilze, die tief unter der Erde wachsen. Es verleiht Macht. Doch nur ein kurzer Blick drauf, äh, ein kurzer Blick auf dieses Fläschchen erfüllt mein Herz mit Sorgen. Dies wird niemals ein Heilmittel sein. Es wird immer eine Waffe sein. Vielleicht wollten die Erbauer es aus einem bestimmten Grund verstecken. Balthazar. Uh, yay. Mysteriöses Fläschchen erhalten. Hello, John. Hello. So. Ähm. Willst du erstmal wieder nach Hause, oder? Hm. Oh. Warte, geht das? Oh ja. Du siehst vielleicht meinen Arm. Ja. Ich hab mal ein bisschen vorgespult. Ähm. Ich hab übrigens hier ist noch ein Keller. Ah. Hast du kein Schwert mehr? Doch, aber wenn ich das Schwert auswähle, ist es ziemlich dunkel. Ist dunkel. Ist dunkel, wenn nacht. Und da draußen ist es kälter. Genau. Okay. Hier gibt's nix. Blut. Blut. Ich hab schnell einen Dietrich hergestellt. Ja, hab ich gesehen. Auf die Idee bin ich nicht gekommen. Wäre ich auch zu viel verlangt, wenn der Charakter sich festhalten könnte. Ja. Yeah, everything is fine. Thank you. So. Oh. Du hast dich zurück teleportiert. Sag doch was. Aha. Ich dachte, das wollten wir jetzt machen. Oh. Oh. Dieser Überlebende wird uns angemessen ergänzen. Positioniere ihn mit einem Beschwörungsstab in der Welt. Du kannst ihn aus einfachen Zweigen herstellen. Hm. Das ist nicht mein Haus. Hm, nein. Oh, es ist Tal. Ja, dann reicht es, wenn sich einer hinlegt. Nice. So. Hm. Dem Schmied müssen wir ein Haus bauen, oder? Ich glaube erstmal nicht. Okay, cool. Oh, ich habe 30 Minuten Elixierwaren. Oh, was hast du zu dir genommen? Ein besteriöses Fläschchen. Haha. Komme ich auf meine Fähigkeiten? Ha. Okay, cool. Hey! Oh. Du hast deinesgleichen geweckt. Die Flamme ist zufrieden. Suche in den Hochweiden nach mehr schlafenden Überlebenden. Okay. Hey, Dude. Tell me, what you need. Da bin ich wieder vollgepressen. Und jetzt chillen. Oh, sehr geil. Ah. Zack hat gerade geschrieben. Sieben. Eine Person 30% Schnelligkeit der Nacht. Zwei Personen 60% oder 70%. Hm. Hm. Nice. So. Du hast lange genug gebraucht, um mich zu finden. Sieh dich an. Schwach und meckrig. Und man nennt dich Flammenblut. Du brauchst ordentlich Ausrüstung. Gut, dass du mich zuerst geweckt hast. Ein derbes Schwert, eine Stachelkeule oder Rüstung herzustellen, wäre ein guter Anfang. Läuterndes Feuer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann ich mehrere Sachen machen? Ich weiß nicht, wie viele Level es gibt. Oh, das weiß ich nicht. Aber du kannst, egal was, gehen. Hm. So gefährlich. Hm. Ah. Weil, jetzt muss ich mich zwischen Zauberer, Heiler und Bestienmeister entscheiden. Aber ich kann ja nicht alles machen. Ja, dann mach doch Zauberer und dann Bestienmeister oder das, worauf du am meisten Bock hast, würde ich sagen. Hm. Hm. Selbst mit neuer Ausrüstung solltest du dich da draußen nicht sicher fühlen. Ruh dich aus und iss etwas Gutes, bevor du dich auf den Weg machst. Ein Feuer, ein Dach über den Kopf und etwas Fleisch im Magen bereitet dich auf alles vor. Herstellen. Oh, nice. Oh, wir können hier so viel machen. Alles geht nicht, aber zurücksetzen kostet nicht viel. Oh, das ist gut zu hören. Ja. Oh, ich brauche ein Feuer, da ist Hoffnung. Ich brauche eine vernünftige Werkstatt, in der ich arbeiten kann. Sonst kann ich dir keine Ausrüstung für deine Reise herstellen. Keine Angst, es ist nicht schwierig, eine zu bauen. Du wirst eine Werkbank, ein paar Blöcke und den Bauhammer brauchen. Also an die Arbeit für euer Sprössling. Ne, Flammensprössling. Gleiter. Die Flammen verleihen dir keine Flügelkind. Stell einen Gleiter an der Werkbank her. Das macht die Fortbewegung ein bisschen einfacher. Perfekt für Draufgänger wie dich. Vergiss nicht, dass die Benutzung eines Gleiters Ausdauerpunkte kostet. Ich glaube, du Jungspund, hast das Deug dazu. Okay. Oh ja. Das Zurücksetzen kostet tatsächlich nicht so viel. Und du kannst übrigens, äh, Waffen, die du nicht mehr brauchst und nicht cool sind, einfach zerlegen. Und dann kriegst du diese Runen. Das ist gut to know, weil ich habe... Ähm, möchtest du kurz gucken, wie dein Schwert, welche Attribute dein Schwert hat, was du gerade verwendest? Äh, 16 Schaden. Okay, das macht mal 11, dann lösche ich das. Das heißt, also das mit löschen ist, ähm, das Ding gemeint, oder? Ja. Ne, ne, das ist Rechtsklick zerlegen. Oh. Geh mal auf die andere Waffe, die du da hast. Und dann kannst du Rechtsklick zerlegen. Dann kriegst du Runen. Oh. Geh mal auf die andere Waffe, die du da hast. Geh mal auf die andere Waffe, die du da hast. Oh, Geilo. Hm? Äh? Was ist Geilo? Moment. Ich muss gerade kurz gucken, wo der Unterschied zwischen den beiden ist, weil hier steht... Ach so. Aber es wäre ja nett zu wissen, wie viel Schaden ich mit dem Ding mache. Mhm. Weil ansonsten... ...zauberstab einfach... Der macht das zwar nicht auch so weite Entfernung, aber... Ähm... Der... ...zeig mir zumindest an, was er macht. Lala schießt auf mich. Find ich nicht nett. Nach dem Schießen passiert das. Wow. Wow. Der Schmied will gegen das Miasma kämpft den... ...undösen Hebel des... ...der Glutal heimsucht. Das Miasma entspringt dem... ...Elexierbrunnen. Erreiche den nahegelegenen Elixierbrunnen, um... ...mehr über das Miasma zu erfahren. Jo. Ich hab ein Ding gesendet, was heißt das? Ah, okay. Das ist jetzt oben auch nochmal zusätzlich markiert. Ich verstehe, ich verstehe. Ich wollte gerade sagen, das kam bei mir gerade auch an. Ah, okay. So. Magikestab macht mehr Damage, braucht aber auch Munition. Ich... Ja, die Munition habe ich dir in die erste Truhe, glaube ich, reingelegt. Hm. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei meinem kleinen Stäbchen. Weil wenn ich dann nur nochmal schießen kann, bringt mir das halt auch nicht so viel. Ja. Zumal ich es dann noch nicht herstellen kann. Aufgehen. So. Aber du kannst hier gerne erstmal irgendwas machen. Wenn du willst. Mhm. Ähm, ich würde jetzt nach unten gehen und, ähm, mir Masma-Holz und mir Masma-Flüssigkeit holen. Außer du willst natürlich mitkommen, dann bist du herzlich dazu eingeladen. Weil ich will diese Truhen herstellen. Mhm. Ah, okay. Mhm. Damit wir uns den Gleiter holen können. Hm. Ich ruhe mich mal nochmal eben kurz aus, ja? Oh. Äh. Ja. Aber... Ist eine sehr gute Idee. Hm. Ich dachte mir sowas tatsächlich. Du bist hungrig. Du bist hungrig. Ich hätte mein Inventar vorher leer machen können. Aber egal. Aber egal. Wir brauchen nur einen ganzen Haufen von dieser Flüssigkeit und das Holz. Hm. Und dann müssen wir anfangen, alles nach und nach einfach in die magischen Truhen einzusortieren. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, das ist so geil, dass du dann einfach bauen kannst und der nimmt sich das direkt aus der Truhe raus. Ja. 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 Ach, meine Nase, Juck. Oh, oh. Das ist nicht gut. Hm. Ich habe an den Einstellungen nichts geändert. Das ist... Vanilla, würde ich sagen. Genau, und auf normal gestellt. Genau, ich weiß jetzt aber nicht, ob zum Beispiel Nitrado ihre Einstellung irgendwas Besonderes damit macht. Ah, und wir brauchen diese Miasma-Klumpen. Mhm. Die droppen die Gegner, ja. Genau. Weil aus denen können wir diese magischen Truhen bauen. Oh. Oh, von hier könnten wir uns weg teleportieren. Das ist schon mal gut. Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass sie das Update da reingehauen haben, hast du dann eine bessere Chance, auch den Schwierigkeitsgrad so anzupassen, wie du es gerne möchtest. Und, äh, was dann später vielleicht noch für uns interessant wird, ist auf jeden Fall der Punkt mit, ähm, man kann die Ressourcengewinnung nach oben schrauben. Hm. Wenn man dann sagt, okay, ey, ey, komm, der Grind, der ist ein bisschen zu nervig, wir drehen's hoch. Oh. Oh, ja. Hast du noch einen Dietrich dabei? Nein, aber ich kann einen herstellen. Oh, ich hab mir keinen Schrott mehr mit. Oh, nice. Auch wenn keiner von uns mit Bogen spielt. Ich kipf mal eben nach oben und geh mal ganz kurz aus der Miasma-Wolke raus. Okay, das funktioniert nicht. Guck mal, wir sind doch schon fast quasi bei unserem Quest-Ziel hier oben. Soll man da mal vorbeischauen? Äh, warte, dann lauf ich auch nochmal eben nach oben. Wo bist du denn hier hochgelaufen? Äh, der Link an der Seite. Warte. Komm mit, weil dann hab ich auch nochmal voll. Ah, hier. Genau, hier einfach hoch. Hast du schon mal mit Bogen in Entschrouded gespielt? Ist mit Endgame mega OP. Okay. Hm, okay. Hab ich noch nicht. Ich hab, ähm, immer nur den Hau drauf gemacht. So, go. Oh, ich find das aber gut, dass du hier die Anzeige hast, wie viele Leute... Äh, ne, nicht wie viele Leute, sondern wer grad in deiner Gegend ist. Oh, hier geht's auch nur runter. Da müssen wir wahrscheinlich hier links den Weg runter gehen. Äh, jo, 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 jo. Würde ich jetzt mal so vermuten. Äh, jo. Oh, hier ist auch noch Schiefer. Ja, den holen wir später. Ja, auf jeden Fall. Siehste, die Gegner hier sind nämlich auch schon wieder Stufe 3. Mhm. Zwei Gegner ist ein... Eines und wer hat das jetzt noch keiner gesagt? Das sieht ja ja wild aus, ey. Oh. Meine Güte, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst lang soll. Mein, mein, mein Stab ist gleich kaputt, aber ist nicht schlimm. Ich kann mir einen neuen machen. Ja, ich glaub, wir müssen hier unten lang, oder? Oh. 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 Äh. Ein bisschen Fair-Kampf ist nicht schlecht, auch wenn's nur zum Pullen ist. Okay. Position erreicht. Und du? Ja, müssen wir nach unten. Ach so. Okay, ich mal davon aus. Waaah! Oh, holy shit! Huuu! Ja, ich bin ganz groß von jetzt erwischt. Hm. Hinter mir ist noch ein Bogenschütze. Oh. Oh. Ah, da. Ja. Juhu! Muss ja nicht gleich den Kopf in seinen Stecken, ne? Jaja, oder eher den Kopf in den Schmuh. Ah ja, dann heil dich mal besser. Ich hab nix. Eine Bandage hab ich noch. Okay. Der hat mich nicht ganz, ganz böse erwischt. Hm, hat man gar nicht gemerkt. Standort oben. Was soll wir denn hier machen? Hier steht nicht mehr Standort oben. Also, ich glaube wir brauchen erstmal Ausrüstung. Damit wir weiter vorgehen können. Vielleicht müssen wir auch hier hin? Ja, ja, aber mit... Ach. Okay. Lieber la pup. Verlieren wir unsere Items, die wir enthaben, wenn wir sterben? Äh... Hm, ich glaube ja. Und dann liegt dann da so ein Beutel einfach rum. Nun, das wär ja unpraktisch. Mhm. Vor allem, wenn dann... Ich würd ja sagen, dann dürfen wir einfach nicht sterben, aber ich bin grad schon mit schlechtem Beispiel vorangegangen. Oh ja. Und vor allem, wenn wir, ähm... Äh... Die Rüstung bietet, glaube ich, auch einen gewissen Grad an Widerstand. Oh. Ops. Nein! Oh, okay. Oh. Ah, du bist nicht wieder tot. Okay, warte. Nice. Ja, und jetzt können wir erkunden. Oh, Gott sei Dank. Ich habe ein Schwert, oh ja, ich habe ein Schwert bekommen. Oh, ein Bronzeschwert. So, von hier sind wir ja gekommen. Sind wir runtergekommen. Hilfe, 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 Hilfe. Alarm. Okay. Hört sich auch gar nicht so freundlich an hier unten, muss ich sagen. Mhm, dachte ich mir auch. Diese ständige Gematsche. Oh ja. Ja gut, ich meine, wenn es das schon war. Ja, also wir könnten jetzt so in unsere Base zurück teleportieren. Wunderbar, machen wir so, weil ich bin auch sonst gleich, also sonst lebe ich halt auch nicht mehr so lange, ne? Hi. Hey. Glutal kann zurückerobert werden. Sammle Funken und biete sie am Flammenalter dar, um die Flamme zu stärken. Funken können in einem Refugium der Flamme oder Schreien der Flammen gefunden werden. Halt dich fest. Äh, rüste mal deinen, hast du den jetzt aufgewertet? Nein. Gut, rüste mal deinen Bauhammer aufs. Und dann siehst du ja die Grenzen unseres Baugebietes. Mhm. Wenn du Tab drückst, glaube ich, siehst du die, oder? Ich seh die. Okay, jetzt guck mal. Äh, wo ist die hin? Oh, wie gut. Mhm. Voll geil. So, stärke die Flamme. Dafür brauchen wir Harz, rote Pilze, Knochen, Funken und Tierfälle. Okay. So. Wie weit ist denn unsere Kohle? Oh, wir haben 45 Kohle erhalten. Nice. Jo. Dann können wir jetzt so einen Schmiede-Gedöns machen, ne? Ich glaube, ja. Ich meine, dafür brauchten wir die Kohle nämlich. Äh, ich habe Sachen rübergeräumt. Ich auch. Okay. Okay, ich brauche irgendwas zu essen, was mein Leben wieder aufwillt. Und leg dich einfach ins Bett. Nee, das bringt nichts. Oh. Da kam ich gerade her. Oh. So. Ich habe die ganze Zeit das Herz klopfen. Und als kleiner Tipp, mach ein paar Bandagen, die kosten fast nix. Ja, genau. Eine Warte der Erbauer erklimmen. Glutal hat sich verändert. Vor unserer Zeit haben die Erbauer Warten gebaut, um das Land zu überblicken. Die Warten der Erbauer. Eine davon befindet sich in der Nähe. Erklimme sie und lerne die Welt neu kennen. Greifwagen. Worauf wartest du noch? Stell einen Greifwagen her, wenn du Glutal weiter erkunden möchtest. Äh, jo. Nee, also aktuell nicht so. Tierfälle brauche ich noch, weil dann kann ich mir auch mal die bessere Rüstung machen, weil ich laufe noch in meinen kleinen, alten Pätzen rum. Mhm. So, Metallschrott brauche ich noch. Den habe ich nämlich auch weggeräumt. Let's get it done. Fight fire with fire. So. So. Ich seh super aus. Ups. Mhm. Aber. Wir sollten jetzt alles, was Ressource ist, heißt, ähm, ja, Ressourcen halt, sollten wir in die blauen Tun reinschmeißen. Alles andere können wir, äh, so behalten. Mhm. Stimmt zum Herstellen dann, ne? Oh ja. So. Weil so sollte er dann, ja, da kannst du direkt aus der Truhe die Sachen herstellen. Das ist mega. Super. Oh. Neue Rezepte. Wow, wir brauchen Stein. Der Hund schiebt mich weg. Hahaha. Warum tut er sowas? Weil er kuscheln möchte. Ja, böser Hund. Was? Hahaha. Zum Glück war es nur die Nase. Oh, hier kann man holen. Oh Gott. Vielleicht sollte ich auch so langsam mal das Licht anmachen. Aber jetzt wird's doch echt dunkel hier drin. Ja, ähm. Ich würde aber mal eine ganz kurze Pause machen. So fünf bis zehn Minuten. Ja. Ich weiß nicht. Äh. Spielst du weiter oder machst du auch eine kurze Pause? Oder? Hm. Ich glaube, ich würde weiterspielen. Also, ich würde ein bisschen Ressourcen sammeln dann. Okilid, okilid, dann. Jetzt gleich. Geht Spatz. Dankeschön. Dann dir auch viel Spaß. Danke. I'm on top of the world. Wup, wup. Hier kommt ja jetzt gleich noch Erde. Dann. Kann ich da nämlich ein bisschen was. Ähm. Ach, hier geht jetzt gleich noch. Ja. Mach mal das Abbauen außerhalb des, äh, Vierecks, weil sonst bleibt das. Oder willst du den ganzen Berg abbauen? Oh, ich wollte den ganzen Berg wegmachen. Ok, dann viel Spaß. Hm. Andererseits könnte man hier halt auch geil irgendwie eine Höhle oder so reinmachen. Okay. Kann man das Territorium hinterher einfach so, wie es ist, oben siedeln? Dann muss man alles abreißen und woanders neu, komplett neu aufbauen. doughne, pharmac, rober und so rein. Ich möchte es schön dann. woanders neu aufbauen leider schade dass das konzept fand ich bei once human ganz geil dass man einfach sagen kann okay komm ich möchte mein ganzes territorium jetzt da hinten aufbauen ich kopiere mir das eben darüber ist halt auch noch das anfangsgebiet ja wir werden da sowieso umziehen deswegen das passt schon wir können ja auch zwei territorien haben dann kann man ja quasi das eine aufbau und dann quasi alles umsiedeln er sogar ok eben stand da dass wir einen von zwei flammen altaren oder wie auch mein dinge hier heißen gebaut haben deswegen dachte ich wir könnten maximal zwei bauen sowas also ich meine wir können hier schon noch eine bessere rüstung bauen hat der schmied glaube ich gerade angezeigt irgendwas freigeschaltet haben was für rüstung war das und was brauche ich für diese rüstung metallplatten ja das macht sinn das wäre voll gut wenn wir die schmiede schon bauen haben wir schon vielleicht sollte ich mir das durchlesen okay er macht das automatisch okay das ist sehr praktisch ähm ich die metallplatten oh yeah wieder neue rezepte freigeschaltet ach der schmied braucht erst ein haus okay gut dann würde ich sagen füllen wir ihm diesen wunsch doch ich finde ein schmied sollte steinblöcke besitzen so frage ist nur wo wir die schmiede dann hinsetzen hier hinten wäre vielleicht ganz cool ich meine jetzt gerade die anfangshäuser wir werden sowieso hinter alles umreißen heißt das muss gar nicht groß werden ähm gehen wir mal zur flamme da wird das erklärt aber das ist gut zu wissen dass das hier alles geht wie kriegen wir den funkt einwarten nicht verraten wir möchten es wahrscheinlich selber herausfinden das will ich nicht hm Bei dem Schmied würde ja wahrscheinlich auch schon so eine kleine Hütte reichen. Ich... Na, was brauchst du da? Dem Schmied eine Hütte, weil der braucht Schutz, bevor wir die besseren Sachen herstellen können. Ah. Okay. Okay, also aus Stein. Also brauchst du ein bisschen mehr Stein oder hast genügend? Äh, ich glaube, ich habe genügend, aber mehr kann nicht schaden. Okay. Ich gehe nochmal eine Runde pennen. Oh, der snappt gar nicht richtig hier dran. Was gar kein Problem ist, weil das Spiel natürlich mitgedacht hat. Jep. Und du könntest auch einfach eine Säule bauen. Nee. Das geht nicht. Okay. Aus Gründen. Fenster mache ich gleich per Hand rein. So, das muss ja auch für den Anfang jetzt erstmal nichts Dolles sein. Hat ein bisschen was von dem Kerker. Was? Das lasse ich mir hier jetzt auch eigentlich gar nicht einreden. Okay. Oh, nice. Oh, er braucht wirklich Schutz. Was ein Arsch. Oh. Die Fenster sehen beim Stein voll geil aus. Die sind so leicht abgerundet oben. Hm. Ach, verdammt. Warte mal, ich schm... Ah, nee. Du bist ja... Bleib mal stehen. Du hast was Neues bekommen. Holzfäller, Schuttachs, ja. Genau. Äh, die... Äh, Spitzhacke. Dafür fehlt uns jetzt Metallschrott. Guck mal, ob ich irgendwo dahingehend was abbauen kann. Ja, Spitzhack, Dachblöcke. Und da möchte ich ganz gerne wieder die Schieferdinger nehmen. Dann haben wir nicht mehr so viel. Gibt es Steindächer? Musst du nachgucken. Äh, es gibt... Na, dafür brauchen wir Teer. Oh. Mach ich Teer, indem ich etwas zu lange überm Feuer braten lasse? Ja. Gibt es irgendwelche Gegenstände, die ich nicht übers Feuer halten kann? Nicht, dass ich wüsste. Also, wenn du zum Beispiel Pilze drüber hältst und die zu lange, dann wird's zu, äh, Teer. Okay, dann geh ich mal eben Pilze sammeln. So, okay. Komm mal ran auf den Meter. Ich? Hm. Wieso? Ja, weil ich wollte doch Pilze sammeln. Wow, der war so schlecht und persönlich. Das, äh, hätte ich von dir so nicht erwartet, weswegen ich da, ich da drauf gar nicht erst reagiert hab. Und ich fang hier noch an und für die, äh, und baue für dich Schiefer ab, ne? Ich dachte, wir machen da weiter, wo wir in Echo aufgehört haben. Wow. Nicht? Nee. Was hättest du mir sagen sollen? Da hätte ich den Witz nicht gebracht. Naja gut, eigentlich schon. Oh, hast du gelesen, was, äh, Zeck geschrieben hat? Ja. Ja, Teer ist im Ofen herzustellen. Das ist gut zu wissen. Äh, dann guck ich in den Brennofen, ne? Ich weiß es nicht. Es kann auch in diesem Kamin sein, den du gebaut hattest. Im Haus. Achso. Achso, nee. Das ist, äh, da dran kann ich nur kochen. Ja. Ja, da kann ich ja nicht extra drauf zugreifen. Vielleicht ist das auch in den Brennofen. Rezepte durchsuchen, Teer, Holzscheite und Erde. Oh, das ist ja easy. Da muss ich ja gar nicht meine Pilze, meine Pilze verbrennen. Musst du nur Bäumchen fällen gehen. Ja, das kriege ich hin, denke ich. Danke für die Holzfäller-Axt. Gerne, gerne. Ja, nachdem ich jetzt fünfmal die Luft geschlagen habe, schlage ich jetzt auch wieder einen Baum. Sind die respawnt? Ich hör's doch. Oh. Oh. Ich finde hier echt auch kein Metallschrott. Ich habe auch keinen mehr im Inventar. Ich habe alles weggeräumt, was ich hatte. Okay, ich glaube, hier unten ist noch Gegner. Ich höre die ganze Zeit trappeln. Ach ja, guck mal. Oh, oh. Was war, oh? Okay. Wow, jetzt habe ich Knochen bekommen. Hm. Hey, du kannst mich jetzt sehen, dass wir hier unten noch nicht drin waren. Ich weiß gerade nicht, wo du bist, aber... Ach doch, hier waren wir schon drin in der Truhe ist nichts mehr. Okay, dann sind nur die Gegner gespawnt. Ja. Davon gehe ich jetzt auch mal aus. Oh, Höhle. Nice. Oh, ich glaube, hier hast du dich eingegraben. Ja. Oh, ja. Das sind meine Löcher von den, äh... Als ich Schiefer gefarmt habe. Oh, Moment, das ist die Essensruhe. So, der... Ich darf jetzt erstmal ein bisschen Teer herstellen. Dann können wir nämlich, ähm... Bessere Dächer machen. Neusch. Ich mach mal eben die Hintergrundbeleuchtung auch noch an, weil sonst... Es ist hier im Raum halt Stockbruster drin. Ja, ich mach mal eben. Na, okay, durch. Und dann haben wir das... Oh, wie geht es dir? Oh, wie geht es denn? Kannst du dir? Okay. Oh, wie geht es dir? Oh, okay. Oh, uns fehlt nur noch ein Funken. So, da bin ich wieder. Willkommen zurück. Danke. Was zur Hölle machst du da? Hüpfen. Du hast ein Geschenk von mir bekommen. Dankeschön. Damit haben wir auch noch... Du musst hier voll die sinnvollen Dinge und ich hüpfe hier nur rum. Ja, äh, ich gehe mal auf die Suche nach... Sachen. Und warte mal eben, ich, äh, join gleich wieder. Ich wollte jetzt mal gucken, ob ich durch das Rejoin, ähm... ...die Dingenskirchen bekomme. Ah, hier ist es gleich noch. Die Drops. So. Ach so, stimmt. Ich kann die Drops noch abholen. Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich. Oh, ja. Hey, aber irgendwie fehlt da was. Ich gehe mal auf die Suche nach... ...Metallschrott. Viel Spaß. Dankeschön. Ich ruhe mich vorher aus. Das macht ganz viel Sinn. Okay. 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 so was können wir denn an fenstern ich glaube dass er ganz geil aus beim schmied ich muss den stream von dem wieder aufmachen so vielleicht hätte ich das große davon machen wollen ich wusste nicht dass das kleine gleich so klein ist so schlimm oh nee das ändert nur das aussehen und die größe jacke fliegenmann also ein superhelden story guten abend zuschauer hallo zuschauer ich hoffe dich geht es gut wir spielen ein wenig entschraudet wie du sehen kannst ein motto oder so so ich hätte gerne noch ein fenster mir fehlen holz scheiter heißt ich muss etwas mit holzfarmen gehen ich meine der der braucht sowieso noch ewig und drei tage bis er fertig ist greift mich hier einfach so ein penner an das sagt dass ich das schaf was ich grad vermöbel ich will wahrscheinlich auch oh ja oh 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 Uh, Vofa? So, jetzt kriegt der Schmied ein zweites Fensterchen, dann noch eine Tür und dann ist der, ach nee, Moment, Tür geht nur mit Holz, äh, mit Metallschrott, dann lassen wir das erstmal noch. Den können wir momentan besser für was anderes gebrauchen, glaube ich. Ja. So, wie weit ist denn der Brennhof gerade? Was? Äh, Schafe, so lang war der Cock doch gar nicht weg vom Friseur, ey. Mhm. Ah, schön. Ich freue mich, dass du endlich da bist. Schweinerei. Willst du dich jetzt beschweren? Ja. Seh ich nicht. Ähm, wenn du willst, wie, ich hab hier ein Tempel gefunden, ich hab, und ich hab einen zweiten Altar. platziert. Wenn du willst, kannst du zu dem hinreisen, und wir gehen zusammen in den Tempel rein. I'm on my way. Oh, super. Du, 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 du. Ja, mal gucken, ne? Ja, ich hoffe doch. Neue Twitch-Rof-Gegenstände freigeschaltet. Okay, ähm. Sollte hier was passieren? Hätte ich jetzt gedacht irgendwie, ne? Joa. Äh, anscheinend eher weniger. Vielleicht kommt das noch? Das könnte gut sein, ja. Sesam, öffne dich. Simsalabim. Ähm. Mir fallen keine anderen Sprüche, um Türe zu öffnen. Wer ein? Äh. Shalom. Mashallah. Geh auf. Mashallah, geh auf. Alter. Ja, dann teleportierst du dich wieder weg. Hm. Das ist ja, ich, ähm, irgendwie höchst tragisch. Ich dachte, hier würde irgendwas ganz tolles. Abracadabra, Simsalabim. Öffne dich. Ja. Ach, genau. Ich weiß wieder, was ich machen wollte. Twitch-Drops. Ich möchte gerne das da einmal beanspruchen. Und dann möchte ich so. Und dann, dann möchte ich so. Und dann so. Und dann so. Hm. Ne. Lala, leider, leider hat das nicht geklappt. Und du müsstest eigentlich auch schon den vierten Twitch-Drop aktiviert haben. Oder dritten drin. Das ist der vierte. Äh, fünften, sorry. Wer zählen kann, ist klar im Vorteil. Nee, eigentlich. Da, warte. Wo ist meine Maus? Meine Maus ist weg. Äh, nee, noch nicht ganz. 99 Prozent. Oh ja, hatte ich auch. Das sind noch fünf Minuten oder so. Ah. Ich habe das Wichtigste überhaupt gefunden. Maiskolben. Oh, wow. Ich leg mich mal hin, damit es Tag wird. Damit du ein bisschen mehr siehst, ja? Jo. Oh. Alles voll mit Zombies hier. Die machen Nachtschicht. Hm. Oh, oh. Early Access Bereich. Bitte kehren sie um. Ha, 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 ha. Oh, was? Ist das noch gar nicht alles von der Map freigeschaltet? Nein. Ah, aber ich habe was gefunden. Okay, das ist schon mal gut. Ah. Ein Schrein der Flamme gefunden. Oh, sehr schön. Irgendwas gab es hier. Oh, da erhält man diese Funken. Okay. Okay. Oh, und hier ist ein Haufen Schiefer. Oder Feuerstein. So schlimm sieht dein Schar gar nicht aus. Na, danke. Immer sehr liebenswürdige Wörter hast du für mich. Ich mag Zurück-Taster. Oh, ja. Die ist so viel wert. Oh, ja. So, haben wir noch ein bisschen Teer. Stimmt. Oh. Nice. Der Funken des Wissens in dir wurde entfacht. Mach dich bereit, die Geheimnisse unserer Vergangenheit zu lüften. Finde die zwei Obelisten der Erbauer in den Hochweiden, um das Schicksal der Welt zu erfahren. Eine Geschichte von Fäulnis und Fäuljahr. Nur diejenigen, die die Wahrheit suchen, werden sie auch finden. Nice. Und noch mehr Kram freigeschaltet. Wer suchet, der findet, wer oft verschwindet. Okay. Du hast ein Loch in der Decke. Ich weiß, ich bin ja auch noch nicht fertig. Mann. Pop mich nicht. Ja. Der Funken des Wissens verloren in der Unendlichkeit, äh, der unendlichen Leere. Oh. Now get back out. Ja. Hier kommt irgendwie ein bisschen Blatt weg. Durchs Gemäuer. Egal, das sieht gut aus. Oh, es gibt auch ein Spiel, wo du dir ganz entspannt wie so eine Burg bauen kannst, die Landschaft anpassen kannst. Also da passiert auch nichts. Du machst nichts anderes, als die Landschaft zu gestalten. So kannst du dann zum Beispiel, keine Ahnung, dir irgendwie eine Map oder so erstellen. Das war geil. Ist das nicht Terrascape? Ich weiß es nicht, das ist so ein... Das Spiel hat am Anfang nur eine einzige Entwicklerin gemacht. Dann kannst du das noch dekorieren mit Ranken an den Wänden und so. Voll gut gemacht. Ja. Ich glaube, das heißt anders. Ich glaube nicht, dass das Terrascape war. Warte, lass mich kurz aufs Team gucken. Ich glaube, ich habe irgendwas sowas in der Art auf einer Wunschliste. Oh, ich habe mir erstmal Titan Quest 2 draufgepackt. Oh, Project Castaway. Ich glaube, das wäre auch was für uns. Tiny Glade? Nee. Doch. Ja, genau, das ist das. Genau. Wenn du die Wege ziehst, dann formen sich da automatisch die Türen und alles. Voll geil gemacht. Ja, 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 ja. Deswegen habe ich mir das gemarkiert. Ja, habe ich auch gerade gemacht. Und das ist... Das habe ich auf TikTok gesehen und das ist halt so gut gemacht. Ja. Und das ist... Oh, ja, habe ich das schon auf meiner Wunschliste? Ich glaube nämlich nicht. Bevorstehende Ankündigung. Hey, das finde ich erstmal gut. Oh, das Spiel wird auch sehr viel Zeit fressen. Mhm. Also, wir werden das so machen. Das läuft so in etwa ab. Wir spielen jetzt Entschrouded. Dann kommt Satisfactory raus. Und wenn wir mit Satisfactory durch sind, spielen wir weiter Entschrouded. Und dann haben wir erstmal genug zu tun und dann kommt bestimmt Light No Fire raus. Mhm. Oh, ja. Also, Zack, das ist hier ein ganz großer Teil. Da sind wir, ich glaube, ein bisschen hyped schon seit Längerem drauf. Was? Und das wird so gut. Und allein die Tatsache, dass sie das, ähm, die geupdatete Engine dann auch in No Man's Sky mit reingehauen haben. Das ist so gut gewesen. Und das wird bestimmt mega. Vor allem, die werden es sich nicht noch ein zweites Mal erlauben, dieselbe, dieselben Sachen abzuziehen wie bei No Man's Sky. Deswegen bin ich guter Dinge, dass das richtig gut wird. Was haben sie abgezogen? Ach so, die haben einen ganzen Haufen Versprechungen gemacht bei No Man's Sky. Und, äh, haben die nicht gehalten und haben übelst den Shitstorm kassiert. Und, äh, seitdem ist das ihr Redemption Arc alles wieder besser zu machen. Und mittlerweile sagen die Leute No Man's Sky, äh, oder Hello Games, ihr könnt euch, äh, ihr könnt aufhören, euch zu entschuldigen. Oh, wow, so schlimm. Mhm. Also, weil die, die haben schon alles wieder gut gemacht. Genau, die haben alles nachgeliefert und das ist auf jeden Fall sogar besser als eigentlich mal versprochen. Ja, es gibt tatsächlich noch Entwicklerstudios, die aus ihren Fehlern lernen. Man mag's kaum glauben, was? Was? Und ich glaube halt, No Man's Sky wird, äh, nicht No Man's Sky, sondern Light No Fire wird da richtig gut. Oh, ich hab was für dich. Oh, hab ich mein Spiel schon wieder gemutet? Ne, ich hab mich nicht gemutet. Sag doch mal was. Ja. Ich hab was für dich. Was denn? Sachen. Oh, ich, da sind Zettel zum Vorlesen. Mhm. In guten wie in schlechten Zeiten, Jolanda ist immer noch schwach. Sie kann kaum ihren Körper aus dem Bett heben. Sie schläft nachts und hat Hitze, Wallungen und Schüttelfrost. Ich dämpfe ihr schmerzvolles Stöhnen mit einem Kissen. Sie dürfen nicht wissen, dass wir hier sind. Sie sind immer da draußen, streifen umher, schreien in der Nacht. Wir sind umzingelt. Ich will nicht, dass sie unser Ende sind. Ich will Frieden. Ich werde immer an deiner Seite sein. Ich verspreche es dir. Ich liebe dich, Jolanda. Ali Noor. Satisfactory durch, das ist ein guter Witz. Ey. Ja, Satisfactory kannst du aber eigentlich durchspielen. Ja, wenn die Story rauskommt, dann gibt's tatsächlich irgendwo ein Ende. Ja. Einiges an Technik haben sie ja nun in No Man's Sky vorgenommen. Vorweggenommen. Ja, genau. Also das mit der, äh, dass sie die Engine und das geupdatet haben. Das ist echt geil. Das ist echt geil. Okay, das lassen wir noch durchlaufen und dann auch hinten in die Schmiede. Ähm, wie kann ich dem, der Schmiede denn, äh, das Haus zuweisen? Äh, du brauchst diesen Stab. Du meinst, den bestürmen Stab, ne? Ja, genau. Ja, hab ich. Und damit kannst du den wie im Baumenü einfach setzen. Ah. Oh. Hit it. Nice. So, einmal der stellt er jetzt noch her und dann, äh, kommt das auch noch dahin. knows. Oh, wir können einen Leuchtblock machen. Mhm. Das Spiel wird unser Untergang sein. Oh ja. Ja, das schon, aber das geht sich bis Released von Light No Fire nicht aus. Wann soll das denn rauskommen? Im Steam steht nämlich noch kein Veröffentlichungsdatum. Ja, genau deswegen. Warte, ich kugel mal schnell. Äh, ja, 2024 steht da nur, nur nicht genau wann. Ja. Nee. Hier steht, Light No Fire soll 2025 erst erscheinen. Na ja, das wird wahrscheinlich echt lange dauern. Ja. Ja, wir werden sehen. Ja. Aber ja, in Satisfactory kann man sehr, sehr viele Stunden reinballern. Vor allem, wenn man dann anfängt, noch schön zu bauen. Wenn ich mir, wenn ich mir überlege, ich weiß nicht, du kennst den auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob der Rest den auch kennt. Mhm. Spielbär, der spielt dieses Spiel seit Jahren. Mhm. Der hat schon alles freigeschaltet, was man freischalten kann und der baut halt immer noch Zeug. Mhm. Das werde ich jetzt nicht unbedingt machen, weil wenn ich alles freigeschaltet hab, verliere ich halt super schnell die Lust da dran. Ich auch. Äh, sorry für die Verwirrung, sollte nur ein schlechter Witz sein, weil Satis so groß ist. Ach sooo. Ja ne, alles gut. Äh, danke für den Follow, MC Tempo. Tempo? Tempo. Tempo. So. Na komm, mach so. Bin jung. Ich möchte dich umplatzieren, bitte. Aber mit dem normalen Quatschen nochmal können wir, glaub ich, nicht genug Materialien. Ach so. Dem fehlen, äh, dem fehlt Metallschrott und Kohle. Mhm. Kohle stelle ich dann gleich wieder her. Das Rezept stelle ich dann ein. Jo. Ich versuche immer noch, äh, Schrott zu finden. Mhm. Ich hab zwei. Wow. Mhm. Mhm. Warum so viel? Mhm. Mhm. Also ich hab bis jetzt mehr Ziegen gesehen als alles andere. Mhm. Oh. Wird mir ja zu denken geben. Oh. Wo? Ja, ich glaub hier setze ich ein Flammenaltar hin. Warum? Dann... Äh, ey. Dann können wir hierher reisen und ein bisschen erkunden. Oh ja, das können wir gleich sehr gerne machen. Weil das sah danach aus, als ob es sehr viel erkundbares gibt. Alles klar, ich räume mein Inventar schon mal auf. Ja, ich muss mein Inventar auch noch aufräumen. Äh. Handwerk. So, da. Jetzt ist das Bessere. Das muss ich nicht mitnehmen. Das muss ich nicht mitnehmen. Warte da, es kommt aber in die andere Truhe. Oh, jetzt können wir vier Altare bauen. Ah. Und dann kann man nämlich ein Altar zum Beispiel vor einem Erzvorkommen bauen. Mhm. Und dann einfach sagen, na, das machen wir dann mal, äh, hier. Äh, dann kommst du um die Ecke und sagst, äh, du, das Erz ist alle, können wir einmal den Server neu starten und dann starten wir einfach den Server neu. Okay. Und dann sind alle Erze wieder da. Aber das ist ja reload doch nicht. Wenn du die Base außerhalb des Erz gebaut hast, dann auf jeden Fall. Ah ja, okay. Dann schon. Genau. Voll gut. Oh ja. So, äh, wo treibst du, da treibst du dich rum, gut. Oh, es ist immer noch eine an Warteschlange. Ja. Oh. Ähm. Ich hab dir da was geschenkt. Danke. Bitte. Ich hab auch noch einmal Dietrich hier dabei, falls wir eine Truhe finden sollten. Oh, das ist super. Aber ich würd mal eben grad fix nochmal was zu schnabulieren machen. Oh ja, das, äh, sollte ich wahrscheinlich auch tun. Ich könnte meine Pilze mal braten. Oh ja, die, ähm, Maiskolben sollten wir, glaub ich, am Anfang nicht kaputt machen. Oder essen. Oder, oder, oder. Mhm. Damit wir da am besten, äh, direkt, äh, vielleicht brauchen wir die für die Samenproduktion. Okay. Das weiß ich ja nicht. Äh, ich mach noch ein paar Bandagen. Mhm. Mhm. Äh, wenn ich jetzt in mein Inventar gehe, hier rechtsklick drauf mache, stapel teilen, 6, bestätigen, jetzt auf schenken klicke. So. Dann hab ich welche erhalten. Wunderbar. Und zwar genau die Hälfte von dem, was ich hergestellt habe. Ein Traum. Wunderbar. So. Ich bin bright. Ja. Und du hast auch nochmal Futter von mir bekommen. Danke, danke. Und, äh, weil du nie welche hast, auch nochmal ne Fackel. Ah, danke. Äh, und dann würd ich sagen, eben nochmal kurz ausruhen. Oh ja. Den würd ich da jetzt erstmal, ja? Nee, erzähl. Achso, ich, äh, wollte sagen, den würd ich da jetzt erstmal stehen lassen. Falls wir doch irgendwie random sterben sollten. Mhm. So. Ähm, ich kriege gerade von den Klassen her, die wir spielen, harte Tobi und Gronkh-Vibes. Wieso? Ich weiß auch nicht. Vielleicht, weil Tobi auch so ne, so ne, ähm, Papierkanone war und Gronkh, der Haut auf Fuzzi. Ah. War das nicht andersrum? Oder so. Ich weiß es nicht mehr. Der gute Mai ist alles vertrocknet. Hm, schade, 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 was ist das? Oh, oh. Okay. Wir brauchten noch so viele Pflanzenfasern. Mhm. Hallo Trichter, der Bunthund. Ähm. Was? Tobi hat immer draufgehauen und Gronkh war der Magier. Ja, stimmt, so rum war's. Okay. Äh, ja. Äh, hallo Trichter. Den Namen find ich cool. Ja. Der ist echt voll cool. Loot. Oh, nur dein Loot. Wie nur mein Loot. Oh, danke. Oh, danke. Deswegen meinte ich nur dein Loot. Kann ich das kaputt machen, ohne dass ich... Äh, bestimmt. Hallo, die Damen und Herren. Ist mein Loot. Ist mein Loot. Ist mein Loot. Ist mein Loot. Oh, nice. Wo spielst du? Also, ich spiel kein Loot, aber... Ich hab damals, äh, ich hoffe, dass ihr das meint, ähm, mit einer Freundin das zusammen gemacht. Also, so... Wir haben uns jeder so'n Lab-Schwert geholt und dann... ...gekämpft. Mhm. Mhm. Aber das war schon geil. Ja, vor allem, wenn du die richtigen hast. Also, nicht unbedingt was sehr günstiges, sondern was auch echt gut aussieht. Ja, das... Äh, wir hatten schon höherwertigere Sachen. Also, wir haben uns nur jeder ein Schwert geholt, weil... ...das war halt schon vorher so, zu Realschulzeiten, wo man halt noch kein Geld verdient hat, sondern nur Straffengeld. Äh, da war halt nicht mehr drin als so'n Schwert. Aber die hast du mir gesehen halt schon geil aus, teilweise, ne? Ja. Ich leg mich andauernd in diese Betten rein, ey. Oh, danke. Bitte? Und findest hauptsächlich Sachen für dich gekühlt? Hm. Oh, hallo. Trichter ist Seefahrer. Äh, Trichter saufen. Und meist, äh, verwehren. Und nächstes Jahr geht's auch aufs Drachenfest. Oh, Drachenfest hab ich schon mal was von gehört. Vom Drachenfest hab ich auch was gehört. Du hast alles im Griff, ne? Ich muss nicht... Muss nicht kennen. Nö, nö. Ja, dann ist ja gut. Ich wollt außen mal gucken, ob ich irgendwie nach oben kann. Hm. Oh. Boah. Junge war das, hell. Kurzer blindet. Hat sich bei deinem Übertragungs was, oder ist... Oh, ne. Das kommt durch irgendwelche random Sachen. Ich hab den Höhle gefunden. Und ich weiß nicht warum. Da verschiebt sich das einfach mal. Trichter ist meist betrunken, von daher Trichter und der kommt immer gut, äh, an der Verkauf Haar... Haar-Haremshosen als Segelhosen auch neu. Ja. Äh, ich hab was gefunden und das hört sich an, als wären da Spinnen und ich hab gar keinen Bock da runter zu gehen. Hier ist übrigens ein Loch. Ja, da... 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 Von dem red ich. Ja, es ist alles voll mit Spinnen. Oh, ne. Bin ich ehrlich jetzt. Doch, bestimmt. Du willst mich verarschen. In dem Spiel gibt's bitte keine... Echten Spinnen, oder? Klar. Das hier ist übrigens Salz. Oh, ne. Okay, ich schreie nicht nur bei Spinnen, es tut mir leid. Das war doch nur das Garabeuskäfer. Also hier kriegen wir Salz auf jeden Fall. Ist das Segel kaputt, spann mich an den Mast, ich spreiz die Beine, zack, Segelhose. Oh, wie geil. Oh mein Gott. Voll gut. Ähm. Ja, ich glaub, was anderes als Salz finden wir hier unten gar nicht unten mit Selium. Oder was auch immer. Ja. Weil das Blauleuchtende Gedöns heißt. Marker erstellen. So. Dann wissen wir, hier ist irgendwas. Schön. Jo. Oh. Da ist ein Feuerdings. Was? Da ist ein Feuertempel. Ah. Und. Daran können wir doch auch schnell reisen, oder nicht? Nee, ich glaube nicht. Nee, da respawnen wir. Genau. Wenn man gestorben ist. Und man kriegt ein Feuerfunken. Hm. Ja. Ähm. Wow. Was meinste, hm? Sommer oder Sommer noch nicht? Sommer oder Sommer noch nicht? Also. Hm. Ich vermute ganz stark, dass wir hier eher das Problem bekommen, dass wir ähm noch zu schwach dafür sind. Ja, ich befürchte das auch. Aber wir können ja hier... Das wollte ich aber nicht hören. Wir können ja hier... Wir könnten ja erstmal dem Weg hier folgen. Und mal... Ich finde das Fliegen so geil. Ich auch. Und mal gucken, was wir hier so haben. Ja. Ja. Ah, es wird dunkel. Ja, dann können wir eben nach Hause reisen und... Einmal pennen, würde ich sagen. Ja, das macht Sinn. Beziehungsweise, vielleicht können wir dann auch eher... Hm? ...zu der nächsten... Zum nächsten Quest-Standort, oder? Ja, können wir auch. Ja, ich baue grad den anderen Altar ab. Mhm. Den brauchen wir ja nicht mehr eigentlich. Ihr spielt noch nicht lange, oder? Nee, wir haben vor... Sekunde... Anzahl... äh... Streamstunden angefangen. Genau, wir haben vor dreieinhalb Stunden erst angefangen. So, jetzt kann ich aber den Helm noch abholen. Dann dauert es nur ein bisschen, bis der das aktualisiert und dann habe ich den nämlich auf. Oh, voilà. Ich habe was gehauen. Gott sprach, es werde Licht. Ah, äh, na da kommt ja noch einiges auf euch zu. Oh ja. Das Ding ist, wir haben gar nicht so viel Zeit für dieses Spiel, wie wir bräuchten, um es durchzuspielen. Was? Das wird nur ein bisschen dauern. Naja, das Gute ist, wenn man es ganz genau nimmt, ne? Ähm... Könnte es jetzt relativ schnell durchgespielt werden. Indem wir nur die Hauptquests durchballern? Ja. Nee, das ja auch. Oh ja. Oh, ich könnte mir drei Teile von der neuen Rüstung herstellen. Dann mach das. Ja. Bei dir ist es wichtiger, dass du die neue Rüstung hast. Du wirst eher getroffen als ich. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Okay, ich konnte mir nur ein Teil herstellen. Hast du schon die zweite Stufe? Wie die zweite Stufe? Den Fellbrustpanzerstufe 5? Äh... Ich habe... Ja. Okay. Dann könnten wir den ja eigentlich zerstören, ne? Hm. 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 So, stimmt. Die Waffe könnte ich auch zerstören, die ich noch hab. Da musst du mal gucken, ob du die nicht zerlegen kannst. Jaja, mein ich. Ah, gut. Weil, äh, Bogen spielt ja keiner von uns. Nö. So, bevor wir losrennen, rufen wir uns selbstverständlich vorher nochmal aus. Hm. Ach, machst du das damit's einrastet, oder? Ja. 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 Okay. Ich wollte das da, damit die Thun da ein bisschen hübscher stehen. Hm. 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 Oh, mir fehlt hier auch immer noch, äh, ein Fenster. So. Ich wäre startklar. Sekunde. Oh. Wir müssen eh zu Fuß laufen. Ja. So, was will der hier eigentlich für... Ne. Was? Ich, äh, wollte gerade mal gucken, was man für... Dingenskirchen braucht. Äh, den Enterhaken. Wir brauchen insgesamt acht Metallschrott. Also erstmal auf Erkundungstour? Hm. Ja, ich denke mal, wir können dann gleich die Mission machen. Wir müssen zu den, äh, dezent kleinen Turm da hinten. Ah, na dann, auf geht's. I'm on my way. Warte. Eben von hier oben abchecken. Wir können ja aktuell nicht den, äh, Enterhaken benutzen. Hm. Ja, wir müssen den gleichen... Ich mein, bei dem Turm da oben waren wir doch... ...eben schon. Da haben wir doch den Schmied mehr, oder nicht? Nee. Sure? Ja, wir waren bei dem kleinen Bereich davor. Weiß ich ja nicht, ob das so stimmt. Hm, ich bin mir relativ sure about that. So, mal gucken, ob man hier einfach fliegen kann. Äh, ne, man stürzt direkt ab. Äh, Truhe. Oh, wenn die leer sind, dann öffnen die sich einfach nur. Okay, nice. Mhm. Oh. Das ist ein Scheinturm. Wenn du ankommst, ist das ein Ameisenhügel. Wahrscheinlich schon, weil er überflutet ist mit irgendwelchen Monstern. Hm. Wie die Ameisenhorde rausgerannt kommen, wenn wir da ankommen. Oh ja. Ich glaub, jetzt müssen wir rechts lang und nicht links. Weil links war der Schmied. Hm. Oh. Man hört nur so etwas wie ein Maschinengewehr irgendwie im Hintergrund abgefeuert. Was? Oh, die Straße ist blockiert. Nur zu einem. Ein was? Einen Greifhagen, um da hochzukommen. Ähm. Ich hab die Straße frei gemacht. Ich hab's gesehen. Mein Loot. Äh. Du benutzt ein Messer. Nee. Aber hier gibt es. Oh. Oh. Stell dir vor. Du entdeckst versunkene Steinsäulen am Horizont, die von Erdhügeln verdeckt werden. Sie stecken sich... Sie stecken sich... Sie strecken sich in den Himmel wie die steinkalten Fingerknochen eines Titanen. Das Zeichen eines verborgenen Grabes. Die Treppe im Inneren führt in die Dunkelheit. Mit der Fackel in der Hand gleitest du hinunter in die Ungewissheit, in das Grauen. Doch... Deine Suche... Deine Suche treibt dich tiefer. Ein morbider Schatz, der im Staub verrottet, ruft nach dir. Mein Schatz. Ähm. Sind es Familienjuwelen? Erbstücke von... Von... Äh. Von fernen Ufern? Was auch immer es ist, mein Freund. Es wird das Fundament unseres Reiches sein. Der Grundstein für eine Festung, die aus vergossenem Blut errichtet wird. Klingt gut? Ich kenne die ungefähre Lage. Wenn du die Suche übernimmst, Gerrit, teile ich den Schatz. Abgemacht? Abgemacht. Alles klar, auf geht's. Oh, kleiner Rucksack... Als Rezept. Nice. Sehr cool. Der Minion muss auch immer alles gleich kaputt machen. Ja. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Tu me sorry. Glaube ich dir nicht. Oh. Oh Gott. Äh. Doch nix. Was? No. Was? Nein. Ähm. Ich würde gleich einmal kurz nach Hause reisen. Und dort zwei Greifhaken erstellen und dann wiederkommen. Hm. Was hältst du von diesem formidablen Vorschlag? Hm. Weil ich jetzt nicht weiß, ob wir den Greifhaken in diesem, äh, in dieser Warte brauchen und dann da plötzlich blöd rumhängen, weil wir nicht weiterkommen und dann wieder komplett rauslaufen müssen und, äh... Das klingt nach einem guten Vorschlag. Oh. Das Unglück schlägt ein wie ein Blitz. Die Blitze setzen den Himmel in Flammen. Das ist meine einzige Lichtkülle, seit das Feuer durch diesen gnadenlosen Regenguss gelöscht wurde. Natürlich hatte ich die Wolken aufziehen sehen, bevor ich mich auf den Weg machte, um das versteckte Grab zu suchen. Ich hatte die Bedrohung in der Brise gespürt. Trotz der Warnzeichen drängte er mich weiter zu gehen. Du kannst den Sturm abwarten. Aber das Wasser könnte unseren Schatz im Schlamm ersticken. Kannst du es ertragen, wenn unser Reich weggespült wird, Gareth? Oh. Dieser silberzüngige Teufel. Das Grab ist ganz in der Nähe. Aber Wind und Regen hinderten mich daran, weiterzugehen. Die knarrenden Bäume bieten mir kaum Schutz, als werde ich sicher durchnässt. Der Text endet abrupt. Ich könnte in der Zeit mal eben Fähigkeiten wieder vergeben. Da sollte ich vielleicht Punkte haben, die ich verteilen kann. Oh, bestimmt. Totbeschwörer. Wenn du einen Freund mit einer magischen Waffe tötest, hast du eine Chance von 10% einen freundlichen Schädelbegleiter zu beschwören. Verringert die Zeit, die Magiestäbe benötigen, um einen Zauber... Ja gut, Magiestäbe benutze ich ja eigentlich nicht, oder? Das weiß ich nicht. Ne. Ich benutze einen Zauberstab. Oh. Ich glaube dann mit dem... Ähm... Mit den Stäben sind die anderen gemeint. Oh, das kann gut sein. Ähm... Ich habe ein kleines Problemchen. Wir brauchen noch 16 Miasmasporen. Ähm... Können bis unten in Mias mal gucken, ob die gespawnt sind. Ähm... Ähm... Ja, ich wollte es nur einmal als Information weitergeben. Ähm... Hallo, Feinde. Ähm... Wo seid ihr? Okay. Oh ja, Greifwagen ist auch noch eine Quest, die uns Erfahrungspunkte gibt. Mhm. Noch 14. 13. 11. Und sonst wirst du von den Viechern echt immer überfallen. Ne? Außer... Du brauchst es mal dann eher weniger. Ja, natürlich dann nicht. Was erwartest du denn bitte? Neun. Oh, da gehen wir nicht hin. Ich hätte gerne ein paar Wölfchen gegen dich kämpfen kann, weil die laufen nicht so vor mir weg. Hahaha. Wenn die weglaufen, ist es immer anstrengend, wenn ich hinterher muss. Das glaube ich. Oh. Oh. Bei mir ist dein Stream gar nicht mehr angebotet. Oh. Weil ich ja eben neu gestartet hab. Oh. Gemeinheit. Entschuldigung. Das geht aber gar nicht. Entschuldigung. Oooh. Ha! Oh oh. Ha! Gechießt. Ge-was? Gechießt. Was ist gechießt? Ähm... etwas durch vielleicht ein wenig Bug-Using ausgenutzt, sodass man an Sachen rankommt, wo man normalerweise nicht rankommen sollte. So einer bist du. Versteh schon. Ich hatte Angst zu sterben. Verstehe, verstehe. Scheiß Schafe. Ja. Da laufen viel zu viel davon rum. Nee, die stürzen sich lieber in die Klippe, als sich von mir töten zu lassen. Ja, das kann ich auch noch vollziehen. Was? Was? Jetzt wird man nicht frech hier. Gemeinheit. Oh. Über Elixierbrunnen, den Quell des Elixier. Ein weiterer Elixierbrunnen wird auf dem Rücken der Arbeiter gebaut, die sich unermüdlich abmühen, einen Tunnel in die Erde zu graben. Die Pläne für dieses Bauwerk sind unheimlich. Der Schlund spuckt bei jedem Stoßdämpfer aus und dünne Nebelschwaden verursachen Kopfschmerzen und reizen die Augen. Alles für dieses Elixier. Ich hoffe, dass es dieses verdorben... Ich hoffe, dass es diese verdorbene Luft nicht nach Distilsamen schafft. Ach, das ist an Ort. Balthasar. Alter Schwede. Äh, die stumpfen Messer willst du nicht haben, ne? Dann würde ich die zerlegen. Ja, zerleg einfach. Ich such nach wie vor Gegner, die keine Käfer sind. Weil von den Käfern erhält man keine Sporen. Hast du mal geguckt, ob in den Miasma-Gebieten um unser, äh, neben unserer Base direkt die Gegner gespawnt sind? Oh, okay, okay. Weil da gibt's auch manchmal noch welche. Und da, wo wir ganz am Anfang in der Höhle, wo wir, ähm, hergekommen sind, da waren auch welche. Mhm. 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 Uns fehlen wirklich noch neun davon, alter Schwede. Mhm. Mhm. Meinst du, wir brauchen die wirklich da drin? Ich glaube ja. Na gut, dann wäre es wirklich doof, wenn wir die nicht dabei hätten. Ich loote dann noch ein bisschen schiefer. Joa, mach das. Oh, Wölfe. Und notfalls kannst du ja trotzdem noch zurückreisen und dingstens fertig machen. Dein Inventar entleeren, meine ich so. Drei Wölfe ist aber schon ein bisschen gemein. Hier. Oh ja. Vier. Sacker mal. Au, 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 au. Beweg dich bitte beim Heilen. Was ist denn mit dir? Gucken wir noch in anderen Gebieten, ob hier irgendwas gespawnt ist. Glutwach. Absoluter Totentanz hier. Schade, ich dachte kurz, sie kriegen mich da nicht. Oh, shit. Hm? Oh. Das Ding ist, ich kann mich auch nicht mal eben heilen. Hm. Oh. Okay, nah. Jetzt brauchen wir acht Sieben Äh, sechs Kollege, ich brauch dich Okay, jetzt läuft da unten noch irgendwo ein Dornvier rum Das war kurz, echt ganz schön knapp, muss ich sagen Mhm, hab ich gesehen Böses Wölfchen Hat mich in den Bubo gekniepscht Ah, ah, okay Ich guck mal unten in den Höhlen Mach das Ich guck mal, hier unten ist auch noch Miasma Ich hab keine Ahnung, ob ich da vom Level her schon hin sollte, aber vielleicht Haben wir Glück Ja Ich mein, solange ich mich nicht treffen lasse, ist alles fein Mhm Das kann ich nur vorher leider meistens nicht so ganz so gut finden Okay, hier ist auch nix Nein Nein, 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 so was von Nein, 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 gar nicht Seh ich nicht Ich muss hier ganz schnell wieder raus Okay, so schlimm? Ja, Stufe 5 halt, ne Oh So, noch vier. Deckt sich die Karte eigentlich mit auf wenn ich hier rumlaufe? Nein, weil fast tot oder nein zu meiner Aussage? Nein zu deiner Aussage! Haha, ich dachte ich wäre hier safe. Ich bin tot! Ja, bleib mal da liegen. Wo bist du denn ganz hingelaufen? Weiter nach unten. Jaja, ich seh's. Dankeschön. Dankeschön. Bitteschön. Und du bist dir sicher, dass du da reinlaufen willst, ja? Ja, okay gut, der ist ja schon fast tot. Noch ein. Na komm, einen kriegen wir wohl noch irgendwie hin. Da muss ich aber auch zurück, weil mein Schab ist gleich kaputt. Ja. Oh Gott. Du musst laufen. Hm. Ich bin tot. Okay, ich auch. Tschutibuti. Verdammt. Aber man behält zum Glück die Rüstung. Okay, das ist schon mal gut. Oder ist das nur... Man behält alles. Ne, nur der Rucksackinhalt ist weg. Nein. Oh, dann hast du Schwein gehabt. Bei mir ist noch alles da. Bei dir nicht? Äh, weil... Äh. Ich muss mal eben was machen. Wieso funktioniert das jetzt schon wieder nicht? So. Oh doch. Und was liegt dann hier? Ich weiß nicht. Hm. Komm, einen einzigen werden wir ja wohl noch finden. Oh ja. Oh, jetzt wird es auch wieder dunkel. Oh. Hier, rechts hoch. Na ja, die sind auch in Anführungszeichen nur in Stufe 3, dafür sind es mehrere. Bitte stirbt nicht. Hm. Das gehört übrigens mir, was da rumfliegt. Ja, habe ich gesehen. Hast du alles? Ja, aber... Ja, mir fehlt, dass mir, äh, die, die Sporen... Die sind dann doch da unten. Hm. Hm. Ich hatte sowas befürchtet, dass sie das nicht droppen. Hier unten sind noch mehr. Oh. Oh. Ja, so einige. Oh, die sind auf Stufe 5. Hm. Mein Stab ist kaputt. Oh Gott. Ich würde weglaufen. Nixler, ich verprödel die jetzt mit meiner Fackel hier. Weglaufen. Was geht? Weglaufen, sagt er. Warum ist denn die Fackel so stark? Ja. Ich habe keine Ahnung, aber es ist übertrieben. Hahahaha. Ähm... Handwehr? Kann ich davon... Kann ich gerade keine Nähe davon machen. Aber du da wahrscheinlich einfach voll mit Crit-Schaden reindengelst. Wahrscheinlich. Ähm... Ich mache mir direkt mal noch eine davon. So, weil ich keine Lust habe nochmal zu sterben. Oder so weit zu laufen. Hahaha. So, jetzt nur eben seine Sachen holen und dann raus hier. Oh doch, hier war noch einiges an Zeug drin. Ja, dann raus. Die kommen uns hinterher, ne? Hm. Hm. Ja, super. Äh... Wir können gucken, ob wir hier hinten noch irgendwo einen Gegner finden. Wofür? Du brauchst doch noch eine Spore, oder nicht? Nee, jetzt habe ich 21 Stück. Ah, okay. Perfekt. Dann, äh, komme ich mit nach Hause, weil wegen Stab reparieren und so. Ja, ich warte hier noch eben, bis der Altar kaputt ist und dann komme ich nach. Ja. Weil Fackel, ähm, benutzen ist zwar schön und gut, aber ich hab, ich nehme lieber mein Stäbchen. Damit lässt es sich auch besser essen, würde ich sagen. Das auf jeden Fall. Dem kann ich so nur zustimmen. So, jetzt wird es nämlich auch wieder hell. Ah, okay. Ich muss nicht dort warten. Der geht auch so kaputt. Okay, top. Danke für die Info. So, wenn du willst. Ich, ich bin mir nicht sicher, aber es kann sein, dass du den Greifhaken selbst bauen musst. Ähm, ich glaube, es reicht auch, wenn ich den hinterher im Inventar habe. Das hat bei den anderen auch gezählt. Ah, okay, super. Dann haue ich mich nochmal eben kurz ins Bett. Obwohl, ich glaube, ich mache ihn vorsichtshalber einfach doch mal selber nicht, dass es hinterher nicht zählt und wir dann hinterher keine Sporen mehr haben. Das wäre sehr ärgerlich. Äh, ich habe den schon gemacht, gerade eben. Ah, okay. Aber mein Zeug kann nicht mal in die Truhe liegen. Äh, ja. Jep, hat gezählt. Top. Dann können wir jetzt hoch hier ins Dungeon. Auf, hier geht sie. Schnell reiten. Oh, shoot. Hehehe. Ähm. Die Warten der Erbauten. Erbauer strahlende Leuchtfeuer. Diese Warten reichen bis zum Firmament und verweigern den Unwürdigen den Zutritt. Die Rasse der Erbauer betritt sie, aber ich habe noch keinen Wiederherauskommen sehen. Ich habe zwei Theorien. Erstens, die Warten der Erbauer sind miteinander verbunden und die Stillen können nach Belieben zwischen ihnen reisen. Die Warten der Erbauer dienen als, äh, zweitens, die Warten der Erbauer dienen als eine Art Grabstätte, ähnlich dem Schreien der Flamme. Die Erbauer speichern all ihr Wissen des Landes in der Flamme hier, wenn sie das Reich der Sterblichen verlassen. Wie auch immer, ich komme nicht hinein. Wenn ich auf die verzierte Platte steige, geschieht nichts. Schade. Walthasar. Genau, weil er ein Leleck ist. Ja. Weil er ein Kacken-Hug ist. Oh ja. Boah, mach die, äh, äh, Vasen kaputt. Ich habe gerade Metallplatten erhalten. Hm, vielleicht nicht mit der Steinspitzhacke, oder? Äh, was? Das ist eigentlich egal. Ah. Und die gehen halt kaputt. Ich habe Wasser bekommen. Hm, nice. So, was haben wir? Äh, jo. Wir können auch eben fertig laufen, ne? Jo. War ich hier schon? Und... Da war ich. Ah, okay. Ja, dann ist fertig. Okay, hier geht eine Treppe nach oben. Ich habe alle nicht schlecht gefallen. Manche Türen sind versiegelt. Betätige den richtigen Schalter, um sie zu öffnen. Ne de de de. Ne de de. Ähm... Sollen wir erst nach oben gehen? Jo. Wow. Was? Ja, guck mal wo ich bin. Wo bist du? Über dir. Aber du hast da unten... Was denn? Du hast da unten ne Truhe gefunden, oder? Ja. Ja. Preis. Also man muss hier wirklich alles erkunden. Oh oh. Huh. Du bist nur nach da oben gekommen. Äh, geh mal die Treppe hoch. Ja. Und dann guck mal oben an die Decke. Oh. Also wirklich schon im ersten Raum hätten wir es gebraucht. Und ich bin zu doof es richtig zu verwenden. Äh, muss ich irgendwie springen hier am Ende? Ja. Oh. Das hättest du sagen können. Okay. Ich bin davon ausgegangen. Dann ist weg klar. Oh oh. 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 Oh ja. Dich auch. Oh. 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 Also jedes wertvolle Metall- äh, Material auf irgendwas ab. Achso, auf Hoowind ab. ... auf die Reaktion, wo wir grade sind. Das waren Achievement. Oh. Oh oh. Ja, ich hätt nicht so viel kaputt machen sollen mit, ähm. Dem. Hier, wer ist da gleich noch? Mit dem Streitkolben. Mhm. Hast du noch ne Waffe? Äh, nö. Ich hätte ein Messer für dich. Ich glaub, wir brauchen hier aber keine Waffen. Okay, wir müssen nen Schalter finden. Genau. Kannst du dagegen schießen? Uh, nice. Na, danke. Cool, du. Oh. Oh, hier unten ist die Truhe auch aufgegangen. Okay. Ja, der Raum. Okay, cool. Ah, ich wollte noch gucken, was da dr... Ah. Okay, gut. Hab ich natürlich schon gemacht. Oh. Oh, da wären wir auch so hingekommen. Ach so. Ja, das... Das ist der... Oh, wow. Hm? Das hier ist der Raum, ähm... Wo ich grade hingeflogen bin quasi. Äh, äh, ja. Ja. Das war verdammt knapp. Ja. Okay. Ähm, das machen wir später. Mhm. Okay, hierfür müssen wir zwei Dinge aufmachen. Also zwei Schalter drücken. Ja. Ich glaub wir müssen da doch... ach so. Eins. So, wo könnte denn der zweite sein? Ja, wahrscheinlich... drüben. Ja. Ja. Hier ist zumindestens noch ne Ruhe. Mhm. Bist du reingefallen? Ja. Ah, okay. Machst du das dann? Dann geh ich schon mal wieder zurück. Äh, jo. Nuins. Da sind... Ach, nur zu kleinen drin gewesen. Wow. Ja. Ja. Nein, er ist nicht reingefallen. Der Geruch vom Grillkäse kommt von woanders. Ah, ja. Okay, gut. Dann hab ich mich ja nur vertan. Das macht natürlich Sinn. Ja. Du Arsch. Ja. So. Diese Warte öffnet Schnellreisepunkte auf der ganzen Welt und offenbart das Wissen der Erbauer über Glutal. Wage dich hinaus. Das Land muss zurückerobert werden. Ja, und jetzt, äh, das fungiert jetzt als Schnellreisepunkt. In der Welt. Ah, mega cool. Jep. Und dann werden auch so ein paar Fragezeichen aufgedeckt. Ja, ich seh schon. So, wir haben... Aber noch andere Quests. Ähm. Und zwar Flammenquests unter anderem. Mhm. Oder sollen wir erstmal Suche nach verborgenen Gräbern machen, weil das war, glaub ich, hier irgendwo in der Nähe. Äh, joa. Äh, joa. Oh. Genau, auf der Suche nach verborgenen Gräbern. Direkt nördlich von uns. Joa, und bist du bereit? Na, Siggi. Nee. Erstmal Waffen reparieren. Nee, da hätte... Vielleicht. Ja, hier sind Spinnen. Mhm. Höch. 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 Ähm. Ich geh mal alleine rein, ne? Ich geh mal alleine rein, ne? Ich warte hier oben, ja? Ja. Joa. Achso, ja, das bringt nicht so viel, weil das die Quest ist. Was bringt nicht so viel? Wenn ich da oben stehen bleibe, wenn ich die Quest machen wollen. Äh, du hast hier übrigens so ein Ding zum Ausrüstung reparieren, falls du das nicht gesehen hast. Ja doch, hab ich gesehen. Hab ich auch genutzt sogar. Wunderbar. Oh, ich hör's doch schon. Damit müsste die Quest eigentlich bei dir jetzt auch beendet worden sein. Ja. Und hier gibt es ganz viel Leuchtstein. Cool. Mhm. Guck mal, wenn meine Begeisterung gerade ein bisschen an Grenzen hält. Aber wir haben neue Sachen freigeschaltet. den Knochenblock. Oh. Und ich schenk dir mal den Hürdenstab. Dankeschön. Das Neuchtzeug abbauen. Jaaa. Hier hinten sind noch Spinnen. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Also, Harry, das müssen wir mal, äh, wann anders auf jeden Fall machen mit den ganzen Leuchtsachen, weil die kann man richtig geil in der Butze verwenden. Hm. Hatte ich erwähnt, dass ich Spinnen hasse? Äh, nein. Überhaupt nicht. Also, ähm. Dann ist ja gut. Diese Reaktion ist mir vollkommen neu. Hm. 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 Hast du mal... Ja, warum steht da jetzt verpasste Fallquests? Hä? Wahrscheinlich, weil ich die erledigt hab. Guck jetzt mal. Oh. Jetzt geht. Hä? Versteh ich nicht. Hast du so getan? Ich hab dir die Knochenblöcke einfach rübergegeben. Oh, wow. Jo. Gut. Sprich mit der Flamme. Heißt nach Hause. Richtig? Äh, ja. In den Gewölben der Erbauer hallen Stimmen wieder, die durch das Miasma zum Schweigen gebracht wurden. Doch einige Funken flackern noch in der Dunkelheit. Eine Jägerin, einst die stärkste im Land und ein Alchemist mit dem Wissen der Zeitalter. Erwecke sie, dann werden sie dir auf deiner Reise helfen. Oh nice. Die nächsten zwei NPCs. Oh ja. Die wir freischalten können. Also, eine ist hier Krypta der Erbauer hier hinten und einer ist hier unten, glaub ich. So, du sagst du willst die Messer nicht haben, ne? Ja, ich brauchste nicht. Äh, alle. Dann zerlege ich aber auch den Stab, weil den brauche ich auch. Alle Knochen gegeben, nun wird der Kork vor sich hinkriechen wie ne Schnecke. Gehen kann er ja nicht mehr. Ich mag deine Zuschauer. Ich nicht. Die sind gemein. Die sind ehrlich. Bitte was? Nichts. Na, 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 na. Dafür kriegst du jetzt Pfeile von mir geschenkt. Wow, dankeschön. Bitte, bitte. Und ich räum sie weg. Oh, hier, den hier kannst du aber gebrauchen. Den Mana trank. Perfekt, dankeschön. Die Paar Mana trinke. Hm. So. Hat der Dude denn noch was? Hey! Oh, du warst also an der Spitze der Warte. Hm. Ich kenne ein paar Leute, die alles für so eine Aussicht geben würden. Obwohl, vielleicht gibt es jetzt weniger Trubel zu beobachten als früher. Was ist denn diese Zeit? Wie man Gegenstände zerlegt. Lass uns deine bevorzugte Waffe mit einem Teil deiner Ausrüstung verbessern, die du gesammelt hast. Zuerst müssen wir eine Waffe oder zwei zerlegen. Hab jetzt bloß keine Angst, dir die Hände schmutzig zu machen. Sieh sich das mal einer an. Du hast ein paar Gegenstände zerlegt. Jetzt kannst du Runen benutzen, um deine Waffe zu verbessern. Willst du mal versuchen? Ja. Man kann nämlich Ausrüstung für Runen verbessern. Und je seltener deine Waffe ist, desto besser wird sie dann. Und ja. Ich hab meine Waffe jetzt einmal verbessert. Mach du bitte bei dir, weil sonst verbrauch ich nicht alle Runen. Ja, hab ich auch einmal. Okay. Quest abgeschlossen. Neun. Fight fire with fire. Ja. Break a leg. Oh, several. So, das ist der, den ich benutze. Den hier kann ich noch zerlegen. Dann kriegen wir nämlich nochmal zwölf. Ähm. Oh. Hm? Das will ich mir mal angucken. Hier ist was aufgegangen. Brückenbaubericht. Ich komm mit. Ja. Können wir uns auf den Turm oben drauf porten? Ja. Äh. Vielleicht eben nochmal ganz kurz ausbogen. Ja. Du. Ähm. Oder auch nicht. Ja. Man kann das Teleporten übrigens nicht abbrechen. Doch, wenn man springt. Ja. Hat bei mir nicht geklappt. Ich war glaube ich schon zu, zu weit drinnen. Ich warte dann hier unten. Äh. Wo unten? Ja, unten. Achso. Ja, ich bin zu lange im Kreis geflogen. Oh. Weil ich dachte, ich muss nicht so weit fliegen. Achso. Ja! Du hast irgendwie das Gefühl, dass ich gerade außen rum laufe. Was er fantastisch Doll? Ich glaub hier ist aber nichts wildes. Ich hab was gefunden. Ach ne, Moment, das ist der Elixierbund. Da waren wir doch schon, oder nicht? Hey, es gibt mehrere. Wo bist du? Ah, da. Vielleicht waren wir hier noch nicht. Stufe 1. Käfer. Viele. Sehr viele. Käfer. Ekelhaft. Öh. Uscht euch. Ja, ich brauch noch einen Moment. Oh. Ich bin zu weit runter gesprungen. Ich brauch ein bisschen. Noch länger als vorher. So. Obwohl, ob Ellie auch aus alten Knochen noch ein Subziehen herausbrauen kann. Das kann ich dir nicht sagen, Zuschauer. Meidee, wir stehen unter Beschuss. I am on my way. Bist du da bist, bin ich schon fünfmal verreckt. Oh ja. Wie bist du da nur hingekommen? Wie viele von den Kackviechern wollen hier denn noch rumfliegen? Kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir nicht sagen. Okay. Oh, wow. Ich hab drei toten Köpfe hier rumfliegen. He. He. Ich hab's auch geschafft. Cool. Jetzt hab ich vier... Ne, immer noch drei von den Köpfen hier rumfliegen. Okay. Und hier, halt dich fest. Ich bin hier unten gegen die Wand gegen geklatscht und abgestürzt. Hahaha. Aufschub. Oh. Ne, da wollen wir nicht hin. Aber bei der kleinen Feuersteinmine könnte man zum Beispiel einen Altar hinpflanzen. So, dass der Baubereich da nicht reingrenzt und dann startet man den Server einfach neu, wenn man zu weit gebuddelt hat. Hm. Was ganz cool ist. Ja. So. Ach, da unten war das... Das ist das Tal, wo wir eben pfleglich verweckt sind. Mhm. Ähm. Ja. Zur Krypto? Ja, ich weiß nur nicht, ob wir auf der richtigen Seite sind. Was hat grad dieses komische Geräusch gemacht? Ich hab'n Ping gesendet. Ah. Okay. Hallo Bäubchen. Willst du küschen? Oh, du bist ja beim Feini. Okay. Oh. Oh. Spinnen. Wir sind definitiv noch Menschen, weil das getrappelt ist. Das ist ein ekelhaftes Geräusch. Oh neee. Hast du mal geguckt, ob das so einen Anti-Modus dafür gibt? Nee. Ich will mich ja auch gar nicht so anstellen. Ich will ja gar nicht so Mimimi sein, aber es ist halt echt eklig. Ja. Ah. Ich hab'n Neues zu berichten. Ich hab'n Gehäuse geschossen. Statt 80 Euro und 3-7 Monate Lieferzeit. Retour mit leichten Kratzer für 65 Euro. Ey, für'n Server ist das mega. Voll gut. Hier ist noch was zum Reparieren. Dankeschön. Es ist wirklich dunkel. Jo. Da hinten sind Wölfe. Oh, mir fehlen zwei Steine. Oh. Dann kann ich jetzt auch meinen Schlaf-Bonus holen. Mhm. Fraktal-Poop-Silent. Okay. Das ist der mit den Dämmplatten drinnen, ne? Boop-Silent find' ich besser. Boop-Silent find' ich besser. Ich bin mir grad' nicht sicher, aber ich glaub' in dem alten Spielstand hab' ich ein, ähm... Ah, wie heißt das gleich noch? Irgendwann Mods installiert, wo dann das Inventar der Kisten bedeutend erhöht wurde. Ich baue den Server ja nicht ins Klo. Ja, ne, äh... Hm. Vielleicht, wenn dein... Wenn der's besser gekühlt ist, als dein normaler Raum, dann... Würde ich das eher ins Klo bauen. Ah, boop! Es tut mir auch wirklich wahnsinnig leid, dass wir euch hier in die Nase vermögen müssen, aber... Wenn wir's nicht tun, probier's. Und das fänd' ich doof. Ne, genau. Es sind einfache Präventivmaßnahmen. Noch mehr Wölfchen. Und ne Höhle. Und du willst nicht in dieses kleine Gebäude hier links von uns? Erstmal will ich Wölfchen stupsen. Ha! Wir sind voll über OP-Gedöns. Was? Wow. Nein, ich will da nicht runter, da sind garantiert wieder Spinnen. Ja. Oh! Das Gehäuse kommt mit 320er-Lüftern. Das ist entspannt. Braucht man wenigstens nicht mehr... nichts mehr kaufen. Da hinten ist ein Troll oder so. Also deine Mutter spielt auch mit, oder was? Hast du grad was gegen meine Mutter gesagt? Ach, wenn man so ne Vorlage liefert. Da hinten war einer. Komm. Ah, ich geh erstmal nach unten. Awww. Hier kann man Quarz, äh, Feuerstein abbauen. Das interessiert mich den Scheiß. Hier kann man wirklich nur Feuerstein abbauen. Okay, gut, dann kann ich oben bleiben. Und hier ist auch nix anderes drin, außer Feuerstein. Da bist du lang. Ich glaube, das ist dieses dezent kleine Gebäude vor uns. Was meinst du? Könnte man meinen, ja. Aber hier unten ist noch ein Vieh. Das Vieh war gerade ne Ziege jagt. Oh. Oh, da ist ein Lagerfeuer drinnen. Ja, das gehört dem Vieh. Oh. Und wie es aussieht, war es nicht das einzige. Es ist ein Wookie. Da kommt jetzt noch ein Wookie. Okay. Warte mal ein bisschen. Stand doch was noch hier. Hallo? Da hinten. Ach, der jagt immer noch die Ziege. Okay. Und ein Gehäuse, wo die Finger nicht so aussehen wie durch den Hexer gejagt. Hm. Da kenn ich was von. Ich musste mal bei einem Gehäuse von mir, damit ne Wasserkühlung reinpasst, äh, mit ner Flex ran. Das war nicht cool, weil ich vergessen habe, dass ich das mit ner Flex aufgeschnitten hab. Und ich hab mich ein wenig mal trittiert. Oh, hier sind ganz viele Wookies. Auweia. Wo bist du? Oh, der Oberwookie heilt die auch noch. gut, dass du ... da ventrenlärmst. Ente! Du bist der Fall. Wir gehen die Laatmen. Ah! So. Du bist der Fall. Du bist der Fall. Deine. Du bist der Fall. Du bist der Fall. Du bist der Fall. Du bist der Fall. Er hat Stups gemacht bei mir, das tat mir weh. Wow. Hä? Das war ein wenig viel. Was? Ich habe auch das Gefühl, dass das nicht die letzten waren. Vielleicht irgendwie auch. Oh, geteerte Strohblock bei Werkbank. Cool, die ganzen Fälle, die hier liegen, können wir alle einsammeln. Da drüben brennt Feuer, da will ich hin. Fuki. Was voll geil ist, je größer das Tierfeld, desto mehr Tierfälle bekommst du. Richtig gut. So, ja. So, ja. Hier ist Strom drin. Strom? Strom. Hä? Where are you? Ah, das ist ja wirklich Strom. Sag ich ja. Ich war gerade so, hä? Wie kann denn hier Strom sein? Ja, die Wookies hat es auch erwischt. Ja, richtig gut. Oh, mich gerade auch. Hm. Hast du noch Heiltränke oder so? Ja, ich habe einen. Okay, gut. Warum? Weil ich dir sonst einen geben würde. Ach so, ich... Wenn nichts los ist, nutze ich immer die Bandagen. Ja. Oh, komm mal wieder hier rüber. Warum? Du müsstest mal bitte den hier oben, den Schalter aktivieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nochmal zurückkomme. Okay. Doch. Wo sind Sie heute? Direkt an der Säule. Okay. Ist das nicht doof? Papa. Habe ich die nicht betroffen? Oh. 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 Oh, wow. Irgendwo habe ich hier eine Tür aufgemacht. Ich höre es. Ach ja, hier oben. Hier. Oh. Oh. Krypta der Jägerin. Nice. Stumpfe Messer und ein Beil. Hast du Jägerin frei? Oh, nice. Wir haben eine Sonnenliege freigeschaltet. Oh, wie cool. Oh, wow. Nicht genügend Ausdauer. Hm. Hm. Und dann müssen wir jetzt für der auch ein Haus bauen. Hm. Oh. Aber hier ist immer noch ein Ausrufezeichen. Echt? Äh, beschwöre... Ach so, beschwöre die Jägerin. Okay. Ach so, okay. Oh. Tierfell und Salz. Salz haben wir schon. Ach, jetzt verstehe ich das Skillsystem erst. Wieso? Ja, ich kann in alle... Moment. Hey, vergiss, was ich gesagt habe. Hey, du musst die Punkte miteinander verknüpfen. Aber... Ja. Weißt, was ich so ein bisschen enttäuschend finde? Hm? Guck mal Richtung... Südost. Ja. Hä? Nee, dann guck einfach mal Richtung Süden. Ja. Oh, bei dir ist Nebel. Ja. Guck mal bei mir. Was ist das? Ja. Warum wird mir das nicht angezeigt? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Es tut mir wahnsinnig leid. Junge, Junge. Das war der Knie... Äh, der Nebel. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. So. So. Wenn die Jägerin lebt, vielleicht kann sie dir noch das ein oder andere über das Überleben in der Verhülltenlande beibringen. Okidoki. Und du brauchst jetzt die Jägerin oder was? Aber das hier, ich hoffe das wird nicht wieder ein Steinhaus. Nein. Ok, gut. Ich wollte nur den Boden aus Steinen machen. Hm, das finde ich gut. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Nice. Was auch immer du getan hast, ich habe schon viel erreicht. Ich habe die Jägerin gespawnt. Achso. Flammenblut, so überlebst du. Ganz ohne Schutz. Bei uns ein Unterschlupf, dann kann ich Vorräte für die Jagd herstellen. Ich kämpfe schon lange genug um zu überleben, um zu spüren, wenn ich nicht alleine bin. Ich fühle, dass noch andere Schlafenden auf uns warten und dass wir mehr tun müssen, als nur durchzuhalten. Wir müssen uns niederlassen, etwas anbauen, das Land wiederbeleben. Ich erinnere mich vage an einen Ort. Dort gibt es eine weitere Krypta der Erbauer. Geh nun, wir vertrauen auf dich. Salz finden. Uns mangelt es an vielen Dingen. Ohne eine ständige Versorgung mit Salz wird es schwierig sein, Pelze zu konversieren. Konservieren. Ich bin vielleicht nicht von hier, aber ich kenne das Land sehr gut. Hier, ich werde einen Ort, an dem es Salz gibt. Oh Gott. In deinem Tagebuch vermerken. Enttäusche mich nicht. Oh, das war gerade nicht gut. Oh, Explosionsfeil. Was war das denn gerade? Oh, ich musste voll gehen. Äh, ja. Du, das hat meinen Gott sei Dank überhaupt nicht überhört. Er war voll ins Mikrofon gejabt. Ich habe mich noch nach hinten gelehnt. Er hat nicht viel geholfen. Oh. Wir können die Speerkapuze anfertigen. Oh, und wir können Teppiche bauen. Wir können getrocknete Beeren herstellen oder getrocknete Felle. Ähm, ich habe, äh, Debian LTC und, äh, dann habe ich... Hier, wie heißt es gleich noch? Amp draufgepackt. Aber Amp, äh... Ja, doch. Ich habe einfach Amp genommen. Genau. Oh, vielleicht sollten wir 20 Stück aufbewahren. Oh, nice. Man kann übrigens die Sachen im Inventar haben und einfach auf Plus drücken. Okay. Okay. Cool. So. Ja. Äh. Die kriegt gleich ein zweistöckiges Haus. Ja, die kriegt noch ein Bett oben rein. Ah. Du, meine Frage. Hm. Wollen wir einen... Platz hier in der Mitte machen, oder? Ja. Okay, gut. Weil sonst, äh, die nächste Frage wäre gewesen, soll das Haus von mir noch weitergebaut werden? Ja oder nein? Äh, natürlich. Wenn du das weiterbaust, warum nicht? Achso, ich hätte dann nämlich, äh, noch ein bisschen weiter weggebaut, dass der Platz halt ein bisschen cooler aussieht. Achso, äh, nur das kannst du machen, wie du lustig bist. Okay. Okay. Hallo. Kann man eigentlich einen Flugmodus aktivieren? Hallo. 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 Sieht das kacke aus. Warte eben, Zuschauer. Ich kann es dir direkt straight up sagen. Äh, ne. Ich habe einen, äh, Debian drauf. So, und die andere Frage ist, ähm. Bevor du dir noch weiter Mühe machst, ne? Ja. Äh. Willst du das hier wirklich als Hauptbasis haben, oder? Ja, wir werden irgendwann umziehen. Naja, du kannst keine ganzen Gebäude umziehen. Ich weiß. Okay. Also, ich würde eins von beiden nehmen. Ähm, bei Debian waren die Befehle einfacher für, äh, den Amp-Server. Aber sonst Ubuntu ist ja auch nicht schlimm. Aber mehrere Altäre bauen. Ja, das ist eine super Idee. Weil wir haben jetzt drei von vier, weil wir den da hinten ja noch haben. Dann kannst du ja noch den Altar aufwerten. Ah, ne. Die Flamme stärken und dadurch kriegen wir ja noch mehr. Ja, schutzerfüllt. Oh. Wir brauchen getrocknete Felle. Ich produziere gerade genügend. Äh, du hattest schon eine Trockenstelle gebaut, oder? Ja, zwei Stück. Ja, von denen kann man noch mehr gebrauchen. Keine Sorge. Sagst du das, um mich aufzumuntern? Nein. Das ist gut. Ich hatte so kurz das Gefühl. Nee, nee. Warum habe ich das Gefühl, dass wenn wir Quests machen, es immer mehr anstatt weniger werden? Weil wir Sachen freischalten. Und die Jägerin hat uns ja erzählt, dass sie ein Bauchgefühl hat und dadurch sind dann noch weitere Quests dazugekommen. Das ist nämlich immer ganz normal, dass sowas passiert. Also, es gibt noch mächtige Alchemie. Zusammen stärker. Dadurch kriegt man die... Die Bäuerin. Nice. In diesem Spiel kann man mit dem Bauern so eskalieren, wenn man einmal den Platz gefunden hat, wo man bleiben möchte. Mhm. Auf jeden Fall. So, mir war der aktuelle Colonel wichtig und fünf Jahre Support. Jau. Das kann ich verstehen. Irgendwie habe ich hier dezente Super Mario Vibes mit den Leuchte-Dingern oben drauf. Äh, ja ein bisschen, ne? Da 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 da. Oh, ich muss noch einen Bug ausprobieren. Du wolltest doch eh noch ein Bett für die Tante bauen, ne? Mhm. Okay. Ich habe mal ein Bett gebaut für die Tante. Mhm. Nicht genügend freier Platz, willst du mich verarschen? Okay. So, mal sehen, ob das funktioniert. Ach, das ist E. Verdammt. Und nicht F. Was genau versuchst du da? Ah. Warte. Nee. Oder war das... Ich versuch, äh, ein Bug. Aber anscheinend geht er nicht mehr. Ich mach an der Zeit mal was zu essen. Mach das. So, weil der kann garantiert mit meinem Zubi-PU gehen. Ja. Doch. Ja. Chao. Schade, dass man beim Essen kochen auch ein paar Erfahrungspunkte kriegt. Das war nämlich in der Version, in der ich gespielt habe, wenn du in einer bestimmten Position über das Bett gerollt bist und dann ins Bett eingestiegen bist, bist du einfach in die Unendlichkeit geflogen. Das war ganz lustig. Warte mal, wir müssen mal warten bis es Nacht ist. Ich will mal gucken wie das aussieht mit den Leuchteteilen. So, Jägerin. Sollen wir gleich vielleicht unten hinreisen, wo die zwei Fragezeichen sind und... Also, wo unser Zuhause quasi direkt auch steht. Wo die zwei Fragezeichen und das eine Ausrufezeichen ist. Links. Äh, warte eben. Danke. Links. Ah. Da, wo auch das Zuhause noch ist. Mhm. Können wir gleich mal machen. Ich hab noch nicht teleportiert, ne? Nur zur Info. Ich auch nicht. Ich bin nur woanders hingereist. Ich hab den... Bei dem Bauer-Crypto brauchen wir ja nix mehr, deswegen... hole ich den Altar wieder. Ja. Ach ja, und hatte ich gesagt, die... äh, wie heißen sie gleich noch? Die... äh... Werkstationen greifen ja auf deine Kisten zu, ne? Mhm. Dazu zählen auch... äh, hier zum Beispiel dieser Trockenständer. Und da kannst du die Tasten an der Seite einfach drücken. Und dann nimmt er direkt aus der Truhe. Also du brauchst nicht unbedingt den... den Korms im Inventar haben, sondern kannst einfach sagen, hey mach noch eins extra. Mhm. Mhm. Oder hier bei der Kohle zum Beispiel. Das ist richtig nice. Also auf... auf der Entfernung sieht das maximal bescheuert aus. Weißt du meinst, die wunderschön florestierenden... ...Blocken hier? Neeeiine. Die sehen auch noch... Astrein viereckig aus. Yep. Im Gegensatz zu den Steinsäulen unten drunter. Ja, ja, so... wirklich hart viereckig. Mhm. Und dein Haus hier hat ein bisschen was von so einem amerikanischen Horrorhaus. Horrorhaus, jetzt im Dunkeln. Vor allem, aus deiner Perspektive steht es ja jetzt einfach nur so im Hintergrund ein bisschen schattig. Mhm. Wie lange wolltest du heute eigentlich machen? Ich weiß nicht, aber nicht mehr allzu lange. Ja. Also ich würde vielleicht noch die drei Punkte da mitnehmen und dann mal gucken, wie viel Zeit bis dahin vergangen ist. Mhm. Weil ich bin auch nicht mehr der Fetteste. Ja, einverstanden. Nur der Fetteste. Ähm. Anderes Thema. Ich schau mal ein bisschen die Talk, äh, die Nachtübersprung. Das ist gut. Ja, also Zuschauer, wann beschäftigt man sich auch mal mit Kerneln und Linux-Systemen, die genau den ein CPU unterstützen. ganz viele Sporen auch. Ja. So, wo müssen wir denn hin? Du hattest was markiert, oder? Mhm. Hier in die Richtung. Müssen wir nur gucken, wie wir da hochkommen, weil ich glaube, dass wir hier außen rumlaufen müssen. Hier, die Steinwand werden wir nicht hochkommen. Mhm. Oder vielleicht doch. Haha. Und du kannst einfach ranlaufen und ganz schnell die Leertaste drücken. Oh, wow. Ja. Ja. Hier geht's nicht. Hm? Was? Hier geht's nicht. Hat doch geklappt. Na ja, die Unterstützung reinzubringen, ist in anderen 12, wäre nun auch kein Hexenwerk, aber je neuer der Körner, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Die CPU hat auch schon ein paar Tage. Oh. Auf jeden Fall. Und besonders so eine CPU, würde ich sagen, hat auf jeden Fall bessere Vorteile. Also, die höhere Wahrscheinlichkeit, dabei zu sein. Oh, wer bist du denn? Oh, Reisestiefel. Ich lese ihm was vorher und danach darfst du dein Zettelchen davor lesen. Ähm. Die Welt erlischt, ihre Flamme erstickt. Die Menschheit wird vergehen wie alle Wesen. Ihr Licht wird kleiner und erlöschen, ohne von der ewigen Flamme berührt worden zu sein. Bedeutungslos und winzig im Angesicht der nahezu endlosen Einsicht, die hell leuchtet. Ähm. Sie zerfällt zu Staub, während wir zu Feuer werden. Ein endloser Zyklus der Zerstörung und Chaos. Pst. Pst. Müde. Als Kinder taten wir so, als würden wir sie lesen, aber die Obolisten verbergen ihre Wahrheit vor uns. Ich war ein Narr, als ich dachte, ich könnte hier eine Lösung für meine Probleme finden. Niemand erhört mein Gebet und ich bin so müde. Ich wünschte, du wärst an meiner Seite, Bruder. Verzeih mir, Vettel. Hast du das gehört? Der hat dich auch Vett genannt. Ja. So, wo müssen wir jetzt hin? Weiß ich nicht, aber ich würde gerne hier oben... Ist hier noch was? Weil der Weg geht hier so lang. Und da kommen wir auf jeden Fall zu einer Ruine. Nee, Sebastian... Obwohl, Sebastian hat sie eindeutig zerlegt. Oh, hier ist noch was mit Spinnen. Ja, viel Spaß. Danke. Ich höre es schon. Oh, dieses ekelhafte Geräusche erinnere mich doch nicht dran. Mann. Die sind doch nur One-Hit-Wonders. Warum spiele ich eigentlich mit dir? Ach, warte, ich weiß es wieder, weil du die gleichen schlechten Witze machst wie ich. Genau. Oh, ne Kacke-Grube. Ich warte mal hier vorne auf dich, ja? Hm? Weil hier geht, äh, nette Musik an. Oh. Sarkasmus? Hm, kommt drauf an. Manche mögen die als nette Zeichen. Ich jetzt vielleicht nicht unbedingt. Okay. Mist. Oh. Verdammt. Ah, Ratten. Und Spinnen. Cool. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich nicht mit dir gegangen bin. Warum denn? Aber ich weiß es auch. Ich bin schon mal reingegangen, aber nur so in den Eingang. Jo. Du könntest draußen auch einfach noch ein Altar bauen. Ich habe aber kein Zeug dabei. Ja, du brauchst nur fünf Steine. Die werde ich wohl noch gerade so zusammen kriegen. Gehe ich auch davon aus. Oh mein Gott. Ich habe eingebaut. Nice. Oh Gott. Boah, ich gehne immer öfter Wimps nicht. Gleich Feierabend machen. Können wir gerne machen. Weil ich... Ich... Ich merke meinen geistigen Zerfall. Einverstanden. Das Gefühl, wenn man merkt, dass das Gehirn so langsam verflüssigt. Äh. Verflüssigt trifft es echt gut. Ja, und ich bin echt noch nicht fit von gestern, sage ich jetzt mal. Glaube ich dir. Ich schreie in der Flamme. Da auch nicht. Oh Gott. Zu Hause? Ne, da oben. Okay. Ja, doch. Für mich ist das ein neuer Zustand. Und ich glaube, das hat nichts mit dem Älterwerden zu tun. Ja. Halle der Erloschenen. So viel Text. Okay. Ein neues Mysterium enthüllt sich. Sie sind schließlich mehr als nur Legenden. Die Hallen der Erloschenen existieren und in ihrem Inneren erklingen die Melodien einer vergangenen Ära. Erinnerungen an eine Zeit, in der ein klarer Himmel herrschte und das Miasma noch tief unter uns schlummerte. Diese Hallen unbekannten Ursprungs gibt es schon seit Jahrtausenden, aber ihre Architektur unterscheidet sich vom Stil der Erbauer. Sehr merkwürdig. Es heißt, dass diese Gruften alle als Verbannungsorte für die untersten der Gesellschaft dienen. Ich frage mich immer, ob die verfluchten Bewohner immer noch auf dieser irdischen Ebene wandeln. Ähm, du. Hm? Ich glaube, das sollten wir in einem ganz freshen Zustand machen. Ach, Pipa-Lapop, das machen wir jetzt noch eben. Hm. Ich habe nur einen Dungeon von Tobi und Gronkh gesehen, der anderthalb Stunden ging. Oh, das ist ein Dungeon? Mhm. Ja gut, vielleicht machen wir das nicht noch heute. Ja, genau, das dachte ich nämlich auch. Dann lass uns noch zur Hauptquest gehen, die ist ja auch hier in der Nähe. Hust, hust, hust. Ja, Halle der Erloschenen ist ein Dungeon. Okay, dann machen wir das mal anders. Ich glaube, wenn ich da jetzt noch anderthalb Stunden drin hänge, dann hat mein Gehirn sich nicht nur verflüssigt, sondern auch, äh, ist dann gleich noch mit verdampft. Ja. Ich bin mal zu dem anderen Teleporter hinten. Das macht unfassbar viel Sinn, ja. Oh. Ich wollte gerade fragen, wo läufst du eigentlich hin? Meinst du die Quest hier den Salzminen-Standort oder den Alchemisten? Äh, Krypto der Erbauer. Alchemist. Okay, aber dann müssen wir doch nach links. Ja, da gehe ich doch hin. Okay. Okay, sah so aus, als ob du gerade rechtsvoll auf den Abwegen unterwegs bist. Nö. Okay. Oh, hier sind Gegner. E1 auf die Nase gestupst, da mal. Oh, Kanone. Siehste, das kommt davon, wenn man sich mit mir anlegt. Ja, gegen die Gegner ist meine Waffe wenigstens wieder effektiv. Oh, nein. Oh. Oh. Night! Aha. Unsere Beute ist verstaut. Die Beute war gut, um sie mit dem Rest dieser Heilsabschneider zu teilen. Also verstecke ich die besten Teile am letzten Ort, an dem jemand suchen würde. Du kennst die Höhle gut genug. Ich eile. Oh, zu spät. Schuhe. Wupp, wupp. Nice. Warst du da oben schon? Ja, war ich. Cool. Okay, das sieht hier creepy as fuck aus. Was? Okay. Ich glaube wir müssen da hinter dieser Holzverteflung lang. Oder nach oben. Japp. Man hört nur so im Hintergrund. Höh, 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 höh. Nice. Oh, sehr gut. Dann können wir unser Gebiet wieder erweitern. Mhm. Ich glaube, sonst ist hier gar nichts mehr. Oh. Vielleicht hätte ich nichts sagen sollen. Ach, hier ist wahrscheinlich eh nichts mehr. Nö. Okay, ähm. Oh, hier hinten gibt es noch das Plündererversteck. Auf geht's. Oh, Ruhe. Oh ja. Ähm. Einen Ball benutzt du auch nicht, ne? Einen Ball? Einen Ball? Einen Ball benutze ich nicht. Okay. Ich hab grad ernsthaft Ball verstanden und dachte mir so, wat? Naja, fast. Die haben ja coole neue Sachen geadet. Oh, wusstest du nicht, dass ich heimlich Mods draufgeladen habe? Äh, nee. Vor allem das ist mein Server. Ja, ich hab, ich hab mich kurz reingehackt. Gar kein Ding. Okay. Ich schenk dir mal wieder alles Magiebegabte. Oh. Sag mal. Habe ich da grad Jackie im Hintergrund gehört? Jupp. Hat die sich erschrocken? Jupp. Oh, Kinder, sie machen Fall hier. Oh, das war gut. Hm. Äh, du. Hier ist übrigens ne Bombe. Ach. Gewesen. Sag bloß, das wär mir glatt entgangen wär ich nicht gestorben. Oh, der Krater spricht für sich, ne? Hm. Oh nooo Oh Ich wünschte wirklich, ich würde auch noch was finden, was ich dir geben könnte, aber irgendwie. Spawnen immer Sachen in deinem Inventar. Ja. Okay, ich habe einen knisternden Zauberstab bekommen. Oh, der macht Feuerschaden. Nice. So, ich reise schon mal nach Hause. So, das Ball willst du nicht haben. Nee, zerleg einfach alles. Okay. 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 Ein weiterer Überlebender ist erwacht. Ach, der Alchemist wird sich mit seinen Tränken und Heil-Tingtun-Touren alles sehr hilfreich überweisen. Heil was? Heil-Tingtun-Touren. Was ist Heil-Tingtun-Touren? So, ich sage jetzt, dass der Alchemist und die gute Jägerin... eine Liebesaffäre haben. Kann ich verstehen. Genau. Und unter einem Dach wohnen. Ja, finde ich gut. Wie ich sehe, stehst du mit den Flammen in Verbindung. Oh, glorreiches Licht. Du musst der Magie fähig sein. Warum versuchst du es nicht? Zauberstäbe sind einfach zu benutzen, aber für Magiestäbe braucht man Zauber als Munition. Ich kann dir das beibringen. Stelle mit mir einen Magiestab aus totem Holz her und du wirst spüren, wie das Licht durch deine Adern fließt. Herstellen. Oh, man kann hier diese Eisbolzen herstellen. Ein Schleifstein. Oh, hier gibt es eine Magierüstung. Du kannst deine Waffe noch verbessern. Mhm. Ich benutze tatsächlich den, ähm, Feuer und den Eisstab, weil die gegen verschiedene Gegner halt unterschiedlich viel Schaden machen. Uh, nice. Und der Schmied hat eine Quest. Let's get it done. Du schwingst die heulende Klinge. Ich hab sie... Ich hab sie für sie geschmiedet, bevor sie mich verließ. Gut. Du darfst sie an ihrer Stelle schwingen. Durchbohre das Herz des Miyamasmas. Flammenblut. Das hätte meine Tochter so gewollt. Uh, nice. Ähm. Ja. Äh, bei mir ist grad ne Konsole aufgegangen von AMD. Achso, ja, AMD macht zwischendurch, äh, um 0 Uhr Updates. Ah, cool. Ich ignoriere das einfach. Ja. Moin Peule. Ich hab mal den Schleifstein gebaut. Damit können wir Knochenmehl machen, richtig? Mhm. Voll gut. Beim Schmied rein? Ah, ich hab's jetzt hier unten mit reingestellt. Ah, okay. Und ich hab schon mal 10 Knochen reingepackt. Sehr gut. Was haben wir denn Neues in der Herstellung? So. Äh, Tagebuch. Ja, zusammen ist man stärker. Interessiert mich nicht. Aber ich denk mal, du willst das Zauberer-Set haben, ne? Ja. Genau. Okay. Da war sehr viel Begeisterung hinter. I need it. Ich brauche es, mein Judge. Oh, okay. Den Rucksack hattest du schon ausgerüstet, ne? Mhm. Super. Wow. Komisch. Da war gar kein Besen dabei. Mhm. Oh mein Gott. So doof, dass wir vier von dem Knochenmehl dafür verwenden müssen, damit die Quest fertig ist. Bläh. Spektrale. Schmied. Magieschild. Dafür kannst du sechs Knochenmehl verwenden. Ja, ne. Ich mach erstmal den Stab, weil das ne Quest ist. Ja. Wir können da auch noch mehr reinhauen. Kannst du mir den, äh, Stab einmal schenken? Habe ich. Dankeschön. Ach, die Kacke muss ich selbst herstellen. Hm. Oh, wir können mir erstmal Seelen jetzt herstellen. Oh ja. Wir sind Staubköllenchen in einem Wirbelwind aus Sternen, mein Freund. Traust du dich, die Hand auszustrecken, um ein Stück der Ewigkeit zu ergreifen? Vielleicht wäre ein ewiger Zauberspruch etwas für dich. Ich weiß, dass ein solcher in einer unterirdischen Gruft zusammen mit seinem schrecklichen Meister begraben wurde. Aha. Du könntest damit eine Menge Gutes tun. Grüß. Ähm, das ist, du brauchst ja für die normalen Sachen diese Bolzen. Mhm. Für den Magiestab und das ist dann unendliche Munition. Du bist willkommen. So. Freunde der Sonne, ich hätte gern ein bisschen mehr Knochen, damit ich mir noch meine Ausrüstung herstellen kann. Oh, ich wollte die Quest abschließen, aber das ist nicht so schlimm. Ach so, oh. Ja, hier. Warte. Ah, ne. Alles gut. Du nimmst das jetzt und machst dir diesen Kackstab. Mhm. Ich habe es dir ins Inventar gelegt. Ja, man braucht sechs. Für den Stab braucht man vier. Oh. Und dann war das Schild das mit sechs. Mach mich nicht schwach. Brauch nicht noch mehr davon. Wow. Und jetzt kann ich nichts damit machen. Ich stelle schon mal ein bisschen mehr Garn her, weil davon brauche ich auch noch was. Jo. 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 einfach nur ein bisschen bauen und erkunden oder so weiß man nicht und die große frage ist ja ob man hier bleibt oder woanders hingeht wo man seine hauptbase macht ich glaube wir werden unsere hauptbase hinterher woanders machen ja weil es da dann bessere sachen gibt na ja also baumaterialien ich habe schon stufe 8 helm hast du auch ein oder magst du den haben moment ich habe stufe 8 ja okay dann lösche ich den einfach weil zerlegen kann man den nicht ja ja so jetzt fehlen mir nur noch hemd und hose beziehungsweise nur noch das hemd hättest du eigentlich ein problem damit wenn ich morgen die bäuerinnen holen würde okay super weil mit der kann man dann mit landwirtschaft anfangen ja klar kannst ruhig machen ja ich will nur nicht zu viel machen deswegen ach alles gut haben sowieso nicht so wahnsinnig viel zeit ja erst mal erst so worauf wartest du eigentlich jetzt noch auf den knochenmehl aber das sollte gleich auch fertig sein so 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 oh factory production speed factor was man kann hier einstellen wie schnell die sachen abgearbeitet werden das ist gut zu wissen dachte ich mir nämlich auch ich glaube das gucke ich mir noch mal an vielleicht mache ich dann solche sachen ein bisschen schneller so aber ich würde jetzt feierabend machen weil ich hart müde bin verständlich und dann würde ich eben zu dir rüber reden falls jemand anders zu reden willst ja ich schicke gleich weiter in pinkie ich bin auch weiß gar nicht was sie spielt entweder das oder arg so weit gestartet dann wünsche ich eine gute nacht schlaf gut und dann bis gleich bei man hier im stream bis gleich